Sehr geehrter Herr Präsident Kleiner, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie wüssten, warum ich Sie heute Abend hier begrüßen darf im Museum für Naturkunde, es ist ein schlichtes Heizungsproblem in der Geschäftsstelle, was mir die Ehre verschafft, Sie hier heute Abend im Naturkundemuseum begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Juncker, ich bin der Geschäftsführer des Museums für Naturkunde. Ja, das Motto des Abends, Wissen, Wahrheit und Wunsch, interessiert uns alle sehr. Das Museum für Naturkunde hatte im Jahr 2016 820.000 Besucher. Es war das meistbesuchte Naturkundemuseum in Deutschland. Es ist unter den doch sehr prominenten Berliner Museen auch 2016 das meistbesuchte Museum gewesen. Wir haben gerade eine Umfrage durchführen lassen. Danach kennt das Museum für Naturkunde in Berlin und Brandenburg 96 Prozent der Befragten. In ganz Deutschland sind es immerhin noch 60 Prozent. Darauf sind wir, wie ich finde, zu Recht ein wenig stolz. Die Umfrage hat auch bestätigt, dass das Vertrauen in Naturkundemuseen, was die Frage des Naturschutzes betrifft, besonders hoch ist. Gleichzeitig hat uns die Umfrage aber auch erfahren lassen, dass nur ein Viertel der Befragten das Thema Biodiversität, wir sind das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Nur ein Viertel der Befragten halten Biodiversität für ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Im Unterschied dazu, drei Viertel der Befragten finden Klimawandel gesellschaftlich hochrelevant. Aus dem gerade erschienenen Wissenschaftsbarometer habe ich erfahren, dass zwölf Prozent der Befragten nicht oder eher nicht in Wissenschaft vertrauen und immerhin 37 Prozent nicht wissen, ob sie vertrauen können oder nicht. Als Geschäftsführer einer Einrichtung, die vom Vertrauen der Bevölkerung, der Gesellschaft lebt, mit ihrer Forschung, vor allen Dingen auch mit der Authentizität ihrer Ausstellung, bin ich deshalb sehr gespannt auf einen unterhaltsamen, interessanten Abend mit Ihnen zusammen. Herr Professor Kleiner, ich darf Ihnen jetzt sozusagen als den Hausherren für diese Veranstaltung das Wort übergeben. Vielen Dank, lieber Herr Juncker. Ich hätte schon gedacht, Sie würden sich als Heizer anbieten wollen. Da kommen wir dann demnächst vielleicht ja nochmal drauf zurück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist in der Tat so, wir haben drüben im Gebäude der Leibniz-Gemeinschaft ein großes Atrium. Das ist aber schwierig zu beheizen, allemal, wenn die Heizung defekt ist und das Ersatzteil, weil das eine altehrwürdige Heizung ist, das Ersatzteil wohl nur schwer zu beschaffen ist. Deswegen sind wir ausgewichen und ich glaube, das ist hier mehr als ein Provisorium. Wir sind hier wunderbar geborgen unter den Sauriern. Ich glaube, da kann uns nichts passieren. Verehrte Abgeordnete des Bundestages und der Landtage, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien, des Bundes und der Länder, meine sehr verehrten Damen und Herren und vor allem natürlich liebe Diskutanten, liebe Frau Zinkant, lieber Rainer Forst, lieber Herr Schellenhuber, liebe Leibnizianerinnen und Leibnizianer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor einigen Tagen machte eine Nachricht die Runde durch Zeitungen, Radiosendungen und natürlich im Internet war es zu lesen. Und vielleicht haben Sie auch davon gehört, mit einer aus Schrottteilen selbst zusammengebastelten Rakete und mit Hilfe von Spendengeldern immerhin in Höhe von 20.000 US-Dollar plant der Amerikaner Mark Hughes, sich von einer Wüste bei Las Vegas aus in den Himmel schießen zu lassen. Und seine Mission, ich zitiere ihn, ich werde ein für allemal die Theorie widerlegen, dass die Erde rund ist. Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der ein US-Präsident wissenschaftliche Erkenntnisse infrage stellt, indem er den globalen Klimawandel, als ich zitiere Fake News, aus China abtut oder in der Impfgegner mobilisieren, indem sie schlicht die Existenz des Masernvirus bestreiten, scheint Mad Rocketman Mike, wie er in den USA bezeichnet wird, nur ein vorläufiger, trauriger Höhepunkt zu sein. Wer wie die Flat Earth-Theoretiker seinen eigenen Erkenntnishorizont strikt abschottet und die eigene Filter-Bubble zur Realität erklärt, hält am Ende nicht nur die Mondlandung für eine Verschwörung, sondern das gesamte moderne Weltbild. Das mag uns allen Paradox anmuten, denn Angebote, sich zu informieren und mit anderen Meinungen konfrontiert zu werden, gibt es heute im Prinzip jedenfalls so viele wie noch nie. Gerade die digitale Welt eröffnet doch eine großartige Chance für die Gesellschaft, sich nicht nur zu informieren, sondern sich auszutauschen und auch aktiv in Erkenntnisprozesse einzubringen. Denken Sie nur etwa an den Bereich der Citizen Science und wir befinden uns hier im Naturkundemuseum, gleichsam in der europäischen Zentrale von Citizen Science. Dieses breite Angebot an Informationen setzt aber auch ein hohes Maß an Kompetenzen und eine gewisse Robustheit voraus zur Auswahl, zur Bewertung und Zuordnung von Informationen und vor allem auch der Stärke und Gelassenheit dazu, Widerspruch einmal auszuhalten und Debatten nicht zu scheuen, ohne dabei zu diffamieren. Daher einige Diskussionsfragen, die ich aufwerfen möchte und die ich jetzt schon mal aufwerfen möchte, weil wir das vielleicht als kleine Besonderheit keine Moderation haben werden, sondern wir vier werden gleichsam wie zu Hause am Küchentisch bei einem guten Abendessen miteinander reden. Zum Beispiel darüber, was macht die Informationsflut im Internet mit der gegenwärtigen Debattenkultur und mit dem Vertrauen der Gesellschaft in die Wissenschaft. Welche Rolle hat die Wissenschaft und welche sollte sie einnehmen? Ist sie noch unsere ausgewiesene Instanz faktenbasierter Erkenntnis? Wie können sich Wissenschaft und Forschung das notwendige Gehör verschaffen? Welche Formate und Orte sind dafür angemessen? Und die Politik, wie können sich Politik und Wissenschaft gegenseitig unterstützen? Diese Fragen wollen wir heute Abend gemeinsam diskutieren. Ein Ausgangspunkt ist es sicherlich zunächst einmal zu mehr Gelassenheit zu kommen und die Debatte, die Auseinandersetzung zur Normalsituation zu machen. Dazu gehört es eben auch, unterschiedliche Positionen zu betrachten und diese Vielfalt, ja, ich möchte mal sagen, als Reichtum zu begreifen und nicht etwa als Last. Für diesen Eigenwert eines diskursiven Modus sowie das produktive und innovative Momentum von Kontroverse, dafür, meine Damen und Herren, meine ich jedenfalls, steht die Wissenschaft. Der Mehrwert von Wissenschaft liegt gerade in der Überprüfbarkeit und der Widerlegbarkeit von Wissen durch Wissen. Debattenkultur im Sinne einer fairen und fundierten Auseinandersetzung mit abweichenden Positionen muss daher inhärenter Bestandteil der vermittelten und gelebten Wissenschaftskultur sein. Das unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit von Wissenstransfer und von Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft. Relevante Themen konstruktiv kontrovers zu diskutieren unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ebenso wie mit Politikern, Kulturschaffenden, Unternehmen, das ist eine Qualität, die die Leibniz-Gemeinschaft besonders auszeichnet. Die disziplinäre Vielfalt unserer 91 Einrichtungen, darunter dieses wunderbare Naturkundemuseum hier in Berlin, ermöglicht dabei vielfältige Perspektiven auf Fragen von Gesellschaft, Natur, Technik und Gesundheit. Um aktuelle Herausforderungen der Gesellschaft in ihrer Komplexität aufzugreifen, arbeiten unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch immer häufiger inter- und transdisziplinär. Wir in der Leibniz-Gemeinschaft, wir stellen uns der Verantwortung, die aus unserer Forschung erwächst. Wir tun dies in ausgewogenen und kritischen Diskussionen und ganz in diesem Sinne wünsche ich mir heute eine offene Debatte zu diesem wichtigen Thema. Es diskutieren heute Katrin Zinkand, sie ist Redakteurin. Frau Zinkand, wenn Sie bitte nicht hinter, sondern neben mir Platz nehmen würden, Redakteurin im Ressort Wissen der Süddeutschen Zeitung, Hans-Joachim Schellenhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, unserem Leibniz-PIC und Rainer Forst, Sprecher der Leibniz-Forschungsgruppe Transnationale Gerechtigkeit an der Goethe-Universität Frankfurt. Im engeren Sinne muss ich sagen, kein Leibnizianer, aber ein guter Freund, lieber Rainer. Ich habe jetzt mein Manuskript zur Seite gelegt und irgendjemand muss die erste Frage stellen. Frau Zinkand, können Sie als Journalist in Wissenschaft vertrauen? Naja, ist das an jetzt? Ja. Das ist eine gute Frage. Wir dürfen natürlich gar nicht in die Wissenschaft vertrauen. Für Journalisten ist es eine zwingende Aufgabe, dass wir immer auch kritisch hinterfragen, was Wissenschaft macht und was Politik macht. Wir müssen Informationen prüfen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Experten aus der Wissenschaft für uns auch wichtige Ansprechpartner sind. Da sammeln wir Erfahrungen mit zuverlässigen Expertisen und sind auf diese Expertisen dann eben auch angewiesen. Wenn Sie heute ein Thema aufgreifen und einen Artikel lesen oder auch noch einen zweiten, ist es so, dass Sie heute diesen Crosscheck, den Sie ja machen müssen, intensiver und häufiger machen als vielleicht noch vor zehn Jahren? Ich glaube, dass es schon immer so gewesen ist, dass Wissenschaftsjournalisten vielleicht ein bisschen mehr Studien gelesen haben als andere Journalisten, weil das eben jetzt auch am Themengebiet liegt. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir mehr lesen müssen, weil einfach viel mehr da ist. Also Beispiel Glyphosat. Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt 1300 Studien zu Glyphosat. Die können wir gar nicht alle lesen, aber wir suchen uns natürlich die entscheidenden Studien raus und haben da eine Menge Material, das wir uns auch angucken müssen. Also wenn zum Beispiel ein Wissenschaftler herantritt an die Öffentlichkeit und sagt, also ich bin hier zu dem Schluss gekommen, die und die Studien zeigen, dass Glyphosat den und den Effekt hat, dann pflücken wir das dem Wissenschaftler nicht zwingend so von den Lippen, sondern wir gucken, ob es stimmt. Aber ist es nicht so? Kann man mich hören? Ja, ich hoffe, einigermaßen. Sie sagen, ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass Sie sagen, ja, wir sind kritisch sozusagen der Wissenschaft genauso gegenüber wie der Politik oder der Wirtschaft. Ich glaube schon, dass ein Unterschied gemacht wird. So ist meine Erfahrung mit Wissenschaftsjournalisten. Lassen Sie mich kurz erklären, was ich damit meine. Ich glaube, dass man in der Regel, wenn wir eine Arbeit, sagen wir, in Nature veröffentlichen, und es wird ein Artikel drüber geschrieben, dann werden oft Meinungen von anderen Kollegen eingeholt. Aber da geht es weniger darum, weil wir dem nicht glauben, sondern eher, wie relevant ist das Ergebnis, wie tragfähig ist es und so weiter. Schlägt es eine neue Bresche? Aber es ist nicht so, dass man von vornherein schon den Verdacht mitschwingen lässt, das könnte gefaked sein. Während bei der Politik können Sie den Verdacht mit gutem Gewissen, glaube ich, anbringen. Ich kann das ein bisschen erläutern. Also Sie gehen natürlich, jetzt sagen wir mal davon aus, von den Mitarbeitern Ihres Instituts, die alle, sagen wir mal, hoch angesehen sind, in Zeitschriften publizieren, wo es ein Peer Review gibt und so weiter. Aber Wissenschaftler ist in dem Sinne, seriöser Wissenschaftler ist kein geschützter Begriff. Also es gibt Experten inzwischen auf allen Seiten, in allen Gruppen, die werden auch nach vorne gestellt und geben ihre Expertise in die Medien hinein. Und natürlich müssen wir gucken, wer ist das, was macht der, worauf gründet der seine Thesen? Das ist, würde ich schon sagen, dass das eine gewisse Pflicht ist. Aber das heißt, Sie setzen voraus, oder setzen Sie nicht voraus, es gibt sozusagen ein Reputationsgefälle. Sie haben das ja gerade implizit auch bestätigt. Also ein Max-Planck-Direktor, der über Gravitationswellen spricht, da werden Sie ja nicht unter Generalverdacht erst mal stellen, dass da irgendwas mit den Experimenten nicht ganz koscher war. Es geht auch nicht um Generalverdacht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es geht einfach immer darum, nachvollziehen zu können, wie jemand zu einer gewissen Ansicht kommt. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man zehnmal mit einem Forscher zu tun gehabt hat, der wirklich mit den Dingen, die er sagt und die er erforscht, gute Beiträge geleistet hat zur Erweiterung von Wissen und Erkenntnis, dass man natürlich dann etwas positiver oder vielleicht auch mit etwas mehr Vertrauensvorschuss reingeht. Aber gleichwohl muss man natürlich irgendwie immer gucken, was steht in der Studie. Also das halte ich für eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn ich darf, würde ich das Thema Vertrauen in Wissenschaft etwas erweitern auf die Wissenschaft, die nicht Naturwissenschaften sind und auch nicht Ingenieurwissenschaften, sondern Sozial- und Geisteswissenschaften. Hier ist es so, dass es ein gesellschaftliches Bedürfnis nach Expertise gibt. Man denke an die Wirtschaftsweisen etwa. Aber die Gesellschaft muss, um mit dieser Expertise umzugehen, wissen, dass es paradigmatische Unterschiede innerhalb der Wirtschaftswissenschaften gibt, wie man das Wirtschaftsgeschehen betrachtet. Sodass ein Wirtschaftsexperte das sagt, ein anderer Wirtschaftsexperte das. Wie kann die Gesellschaft das jetzt beurteilen? Das heißt, sie muss ein Stück weit diesen Disput verstehen. Sie muss den Disput zwischen einem Keynesianer und einer klassischen Form der Ökonomie ein Stück weit anerkennen, ohne diesen Disput ganz zu verstehen. Aber sie muss wissen, dass die gesellschaftliche Entscheidung, das Urteil über Wirtschaftspolitik, nicht von Wissenschaftlern eindeutig vorgeformt werden kann, sondern immer noch eine gesellschaftliche Entscheidung ist. Hier muss die Wissenschaft also einen Teil ihres Disputs selbst öffentlich machen und muss sagen, was gesellschaftlich auf dem Spiel steht, sich etwa, wenn es um die Euro-Krise geht, für den einen oder den anderen Weg zu entscheiden. Hier kann die Wissenschaft helfen, aber sie muss klar machen, dass ihre Expertise begrenzt ist bei den wesentlichen politischen Entscheidungen. Das ist auch so, wenn man an Sozialwissenschaften denkt und die Frage, wann Gesellschaften zerfallen oder wann eine Integrationskraft ausreichenden Maßes vorhanden ist, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Ja, da braucht man ein bisschen einen langen Atem, historisch und sozialwissenschaftlich, um zu wissen, wie Gesellschaften funktionieren. Aber es gibt nicht den Sozialwissenschaftler, der darauf die klare Antwort geben könnte, wann etwa die Obergrenze für die multikulturelle Zusammensetzung einer Gesellschaft erreicht ist. Nur um das nochmal zu sagen, ja, es gibt ganz viel Bedarf an wissenschaftlicher Expertise, aber man muss gerade in den Fächern, die mich beschäftigen, wissen, mit Ausnahme der Philosophie, weil da gibt es klare Erkenntnisse. Aber in all den anderen muss man wissen, dass empirische Sozialwissenschaften uns sehr viel an Fakten liefern können. Aber die entscheidenden Urteilsfragen, die muss eine Gesellschaft selbst fehlen. Aber können wir es nicht ein bisschen einfacher machen? Erstmal, weil ein gelehrter Wertediskurs, den zu organisieren von Philosophen, Moralphilosophen, Sozialwissenschaftlern, ist eine Sache, aber Sie haben ja selbst die Volkswirtschaft angesprochen. Und da gibt es sehr wohl Aussagen, die man überprüfen kann. Quasi Naturwissenschaftlings Sinn, Vorhersage des Wirtschaftswachstums, wird ja jedes Jahr veröffentlicht, ist grundsätzlich falsch. So ist meine Erfahrung. Oder was ist denn mit der Finanzkrise? Wer hat das denn vorhergesagt? Oder die Auswirkungen der Brexit-Entscheidung. Also es gibt sehr wohl Dinge, die messbar, die quantifizierbar sind. Und die Sozialwissenschaften, zumindest die Volkswirtschaftslehre, behauptet ja, dass sie in der Lage ist, genau solche quantitativen Prognosen zu machen. Die Diskursgeschichte ist was völlig anderes, meiner Ansicht nach. Und die Debatte zwischen zwei Leibniz-Wirtschaftsinstitutsdirektoren war übrigens Anlass dafür, Leibniz debattiert ins Leben zu rufen. Vor drei Jahren gab es eine große Debatte, die wurde dann in der FAZ und Süddeutschen im Handelsblatt ausgetragen. Und ich wurde gefragt, ist das nicht schrecklich, zwei sich so gegensätzlich gegenüberstehende Direktoren in einer Forschungsorganisation zu machen? Nein, ich habe gesagt, es ist wunderbar und wir werden das institutionalisieren. Wir werden das zum Gegenstand solcher Veranstaltungen zu machen, um zu zeigen, wie du gesagt hast, dass in unterschiedlichen Kontexten und von unterschiedlichen Ausgangspunkten heraus es ganz unterschiedliche Interpretationen wahrscheinlich auch derselben Daten geben kann. Ich frage mich nur, wie ist das bei den Philosophen? Wie vermittelt ein Philosoph, ist das nicht schon schwierig, dadurch, dass man es so anwendungsnah machen muss, dass es vielleicht gar nichts mehr mit den eigentlichen Erkenntnissen zu tun hat? Naja, also ich habe das eben spaßhaft gesagt, dass es nur in der Philosophie wahre Erkenntnisse gibt. Aber sagen wir mal so, man kann auf einer Ebene mit logischem Nachdenken schon einiges erreichen. Nennen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Leute sagen, Toleranz hat oft etwas mit Beliebigkeit zu tun. Schon mit einer kleinen philosophischen Übung können Sie sehen, dass das Unfug ist. Wenn Sie jetzt hier rausgehen und sagen, das, was der Forst gesagt hat, konnte man tolerieren, dann heißt das nicht, dass Sie begeistert waren von dem, was ich gesagt habe und auch nicht, dass es Ihnen egal war, dass Sie indifferent waren, dass es Ihnen beliebig vorkam. Das heißt also, wenn man etwas toleriert, ist man eigentlich dagegen. Man hat was gegen das, was man toleriert, hat aber Gründe, es doch zu tolerieren. Die Gründe, dass einen das stört, was man toleriert, bleiben aber am Platz. Das heißt, mit einer Begriffsanalyse kommt man manchmal schon sehr weit. Es gibt aber Fragen in der Philosophie. Etwa, gibt es moralische Werte? Gibt es universalistische moralische Werte, die wahr sind? Über die Frage wird man sich noch mal tausend Jahre streiten müssen. Aber sollte man vielleicht nicht über die Dinge sprechen, die man wissen kann? Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein. Ich fand es sehr interessant, bei Ihrem Eingangsstatement, Sie haben ja diese Umfrage zitiert, was bedeutet, und wahrscheinlich war das 1950 anders in Deutschland, dass im Grunde genommen eine große Gruppe nicht so recht weiß, ob sie der Wissenschaft als System trauen kann oder nicht. Und das geht ja dann oft auch in die Richtung, einerseits ist die Frage wahrscheinlich schlecht gestellt und die Leute sagen einfach, kann ich nicht beurteilen. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich denke, ansonsten hat es eben viel auch mit Relativismus zu tun. Wenn man erst mal beginnt zu sagen, ja, die Wahrheit gibt es sowieso nicht, wir können uns auch nicht wirklich annähern, dann öffnet man meiner Ansicht nach die Tür, dass man evidenzbasierte Entscheidungen eigentlich gar nicht mehr begründen kann. Und es ist eben so, dass man in den Naturwissenschaften, und ich glaube auch in den Gesellschaftswissenschaften, sehr wohl überprüfbare Hypothesen aufstellen kann. Und wer dann falsche Hypothesen aufstellt, hat sich halt blamiert, nicht? Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man sich im Fußball blamiert, wenn man 8 zu 0 verliert. So ähnlich ist das nun. Naja, gerade dieses Wissenschaftsbarometer ist für mich ein Beispiel, dass man manche Reflexionen gar nicht anstellt. Da kommt es ja so raus, dass etwa 2, 3, 50 Prozent, glaube ich, sagen, ja, wir vertrauen Wissenschaft. Und das führt dazu, dass ein Teil derer, die das interpretieren, sagen, oh ja, das ist doch wunderbar, mehr als die Hälfte. Und andere sagen, ja, es sind ja nur die Hälfte, die vertrauen, die anderen nicht. 37 Prozent sagen ja, sie sagen, geben keine Auskunft. Und das wird entweder so oder so interpretiert. Ich würde ja zunächst mal damit verbinden, ein methodisches Infragestellen dieser Studie. Wenn ich eine Studie mache, wo 37 Prozent sagen können, na, wir haben eigentlich gar keine Meinung, dann ist das keine Studie, die Haltungen erfragt, sondern die methodisch schwach ist. Also da würde ich jetzt kurz mal einwerfen, dass dieses Barometer, das Wissenschaftsbarometer noch mehr Sachen abfragt. Also es kommt ja jedes Jahr raus und auch immer mal wieder fragt nach den Gründen für Misstrauen und so weiter. Und in all dem, was wir jetzt bisher gehört haben, fehlt mir so ein bisschen so wieder der Kontakt zur Eingangsfrage oder zu dem, womit wir angefangen haben. Vertrauen wir Wissenschaft? Es kommt immer mal wieder vor, na ja, also so und so viel Vertrauen der Wissenschaft. Was heißt denn das? Ich glaube, dass die Menschen der Wissenschaft vertrauen möchten, wie aber eben halt, also auch Umfragen zeigen, nicht nur Umfragen, auch viele Leserbriefe, die man als Journalist so bekommt, wenn man über schwierige Themen schreibt und da versucht, die wissenschaftliche Evidenz darzustellen. was sich da eben immer wieder zeigt, ist die große Verunsicherung, die der ökonomische Einfluss auf die Wissenschaft auslöst in der Gesellschaft. Also eine Irritation, die wirklich inzwischen also fast monströsen Charakter bekommen hat. Also wann immer man die Vermutung anstellen könnte, dass dort der Einfluss von Profitstreben und Ökonomie dahinter steht, dann werden auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die gesichert sind, nicht mehr anerkannt. Und das ist zum Beispiel so eine Entwicklung, das finde ich interessant und vor allen Dingen total unterbeleuchtet, auch in der Debatte, die es auch in der Wissenschaft inzwischen gibt, um diese Vertrauensfragen. Ich würde das, Herr Präsident, darf ich antworten? Bitte, bitte. Nein, ich würde es unterstreichen, was Sie sagen, der in diesem Fall wirklich Generalverdacht, der insbesondere die Klimaforschung trifft, die tun das ja nur, die schreien ja nur Alarm, weil sie damit mehr Forschungsgelder kriegen. Das ist natürlich auf der kleinsten Ebene die ökonomische Unterstellung. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle und das ist ein Totschlagargument, wo man sofort das Vertrauen erotiert. Aber ich würde noch eine andere Hypothese aufstellen wollen. Also ich denke, da haben Sie recht, das ist ein Punkt, der unterbelichtet ist und der auf allen Ebenen eine Rolle spielt. Ich würde aber auch sagen, wenn es so ist, dass, ganz gleich wie man die Umfrage aufsetzt, dass dieses Vertrauen in die Wissenschaft wahrscheinlich erodiert ist gegenüber, sagen wir mal, in den 1950er-Jahren oder 1960er-Jahren, dann hat es, glaube ich, ja auch damit zu tun. Ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese auf, um die Debatte in Gang zu bringen. Ich glaube, es ist eine gewisse Frivolität auch, eine Frivolität des Überdrustes auch. Weil man will unterhalten werden, man will Spannung haben, wie auch immer. Und wahrscheinlich ist es nichts langweiliger, als wenn dieselbe Wahrheit immer wieder wiederholt wird in diesem Fall. Zum Beispiel ist in der Klimafrage, wenn es darum geht, ist die globale Erwärmung von Menschen verursacht oder nicht, haben sie eine 97 oder 98 oder 99 Prozent Übereinstimmung. Unter allen Experten, verkürzten wurden alle Arbeiten untersucht, die dazu existieren, weit über 10.000 in der Bestimmung. Und dann blieben 36 Arbeiten übrig, die dem widersprechen. Und alle hatten methodische Fehler. Also im Grunde genommen kommt man auf 100 Prozent. Aber das ist doch unglaublich langweilig, nicht? Und insofern ist es doch sehr viel spannender und unterhaltsamer, wenn man sagt, na ja, wahrscheinlich geht es doch nicht ganz mit rechten Dingen zu tun. Und ich habe Ihnen ja versprochen, Frau Zinkant, ein Zitat aus der Süddeutschen, was mir ganz zufällig... Kein Artikel von mir. Nein, ist nicht von Ihnen, sondern ist eine Besprechung von neuen Alben. Was lohnt sich zu hören? Und in den höchsten Tönen gelobt wird, ich kannte das alles nicht, aber es war sehr erhellend für mich, Kollegah und Farid Bang, jung, brutal, gut aussehend. Kennt das irgendjemand hier im Raum? Da bin ich beruhigt, also kaum jemand. Das wurde also gelobt. Und dann kam das neueste Album von Neil Young, The Visitor, was vernichtend beurteilt wurde mit dem Kommentar, das Ganze klingt wie ein Doku über den Klimawandel. Alles richtig, alles wichtig, alles unfassbar dringlich und unfassbar langweilig. Süddeutsche Zeitung. Na gut, aber... Na gut, das ist jetzt keine Kritik, glaube ich, an der Klimaforschung. Sie haben es nicht geschrieben. Aber das mit dem unfassbar langweilig, ich glaube, das trifft sehr wohl den Nerv. Ich bin mir nicht sicher, Herr Schellnubau. Das glaube ich auch nicht. Ich meine, ich sehe schon, dass Sie sich da gekränkt fühlen. Gar nicht. Ich habe mich überaus amüsiert. Aber die Platte von Neil Young muss ich mir beschaffen. Also mir hätte ich sonst jetzt nichts erzählen können. Also Sie sind der Experte über den Klimawandel. Aber wenn ich mir, weil Sie eben auch die Zeitschiene angesprochen haben, wenn ich mir anschaue, als die Warnung des Club of Rome rauskam, wie viel Zweifel damals bestanden, wie relevant das ist, wie gesichert das ist und wie stark heute die Überzeugungen sind, dass in der Tat der von Menschen induzierte Klimawandel ein Faktum ist, dann würde ich sagen, dass das jemand als langweilig bezeichnet, ist eher ein Kompliment für die Wissenschaft. Es ist aber eine Kritik an der Umsetzung dessen, was man schon lange weiß, was nötig ist, wofür man nicht die politischen Instrumente hat. Also ich glaube, die Enttäuschung, die aus so einem Zitat spricht, ist eher eine politische Enttäuschung und nicht eine, die an die Adresse der Wissenschaft gerichtet ist, weil sich zu wenig tut. Also ich glaube nicht, dass diejenigen, die so wie Trump den Klimawandel als Fake News bezeichnen, das eigentliche Problem sind, sondern die Unfähigkeit von politischen Institutionen, Maßnahmen zu ergreifen, die diesen Klimawandel eben nicht nur peripher und in kleinen Stücken, sondern im größeren Maße angehen. Ansonsten würde ich sagen, dass das Misstrauen in Wissenschaft, glaube ich, nicht so sehr auf Klimaforscher zutrifft, sondern, und das betrifft das, was Sie gesagt haben, medizinische Skandale prägen sich so tief in das kollektive Bewusstsein ein. Das heißt also, Medikamente, die nicht hinreichend erforscht waren und zu desaströsen Nebenfolgen geführt haben. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, also ich will, über Glyphosat weiß ich ja auch nichts, aber das sind Beispiele oder Vergiftungen ganzer Landstricher, wo man nicht die Wissenschaft für haftbar machen sollte, aber so etwas wird transportiert. Ich glaube, das sind die Phänomene, bei denen Leute sagen, die Wissenschaft, da muss man skeptisch sein, weil sie darauf angewiesen sind, dass die neue Medizin, die der Arzt Ihnen verschreibt, ausreichend getestet ist, aber Sie haben in Erinnerung die Risiken, die dabei bestehen. Also ich würde Ihnen zu 100% widersprechen in diesem Fall. Also wir können natürlich über Glyphosat lange reden, ein bisschen was verstehe ich davon, aber Klimawandel noch mal zurück. Das mit der Langeweile hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Leute sozusagen die Hoffnung aufgegeben haben, dass was geschieht, sondern man weiß eigentlich, wir haben ein Riesenproblem, es sollte eigentlich gelöst werden, aber das war es dann auch. Dass Trump darüber redet, das hat das Ganze überhaupt erst wieder sexy gemacht. Ich kann gar nicht vorstellen, wie viele Interviews ich geben musste, nachdem Trump im Rosengarten erklärt hat, dass er die USA aus, die Washington Post hat sofort angerufen. Das heißt, man braucht, im Grunde genommen braucht man einen Hans Wursten, der das Thema wieder auf die Bühne bringt. Genau. Also dazu würde ich gerne kurz was sagen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn die Wissenschaft schweigt, darf sie sich nicht darüber wundern, auch schweigt, wenn es politische Prozesse gibt, darf sie sich nicht darüber wundern, dass die Öffentlichkeit, die Bürger, sagen wir mal, aus einer gewissen Überforderung heraus, sich manchmal auf Seiten schlagen, die jetzt irgendwie nicht den wissenschaftlichen Standards entsprechen. Also das ist die Theorie mit der Langeweile, das sehe ich da nicht, weil da ist ja auch Engagement dahinter, den Leuten geht es um was. Und der Punkt, den Herr Forst gerade genannt hat, der ist ganz wichtig, dass dieses, es geht den Menschen ja nahe, Medizin geht den Menschen nahe, Ernährung geht den Menschen nahe, Natur geht den Menschen sehr nahe. Und auch der Klimawandel inzwischen geht den Menschen nahe, weil sie glauben, dass jeder Sturm, den wir hier in Brandenburg und in Berlin-Brandenburg erleben oder auch anderswo, damit zusammenhängen könnte. Und weil in einigen Landstrichen das vielleicht auch schon spürbar wird, dass es wirklich einen gibt. Und das ist, also insofern glaube ich schon, dass es den Menschen schon nahe geht, aber dass eben halt, also solange die Wissenschaft sich vornehm zurückhält, und das ist eben doch in vielen Fällen so, vielleicht nicht auf dem Feld des Klimawandels, da gibt es eine ganze Menge mutiger Forscher, und das hat auch wirklich was gebracht, die sich öffentlich stark gemacht haben, sich geäußert haben. In anderen Bereichen, ich nenne mal neue Gentechnik, Agrarwende, andere Bereiche, Tierversuche, da hat sich jetzt ein bisschen was getan, nachdem jetzt die Wissenschaftler gesagt haben, okay, so können wir nicht mehr weitermachen, wir müssen schon irgendwie drüber reden. und jetzt gibt es eine Plattform im Internet. Das reicht aber überhaupt nicht, sondern man muss nach vorne gehen, man muss auch in die Medien ein bisschen reindrängen. Also wenn wir Journalisten immer die Wissenschaftler über reden müssen, mal ein Interview zu geben, oder mal, also jetzt nochmal sich zu Glyphosat zu äußern. Also es gibt einige wenige, die machen das dann, aber es ist wirklich schwer, weil die Angst ganz groß ist, sich in den Kugelhagel zu begeben. Und also insofern ist es... Da würde ich Ihnen auch zustimmen. Es ist Vertrauen auch davon abhängig, ob jemand zu hören. Das ist eine Sender- und Empfängerproblematik natürlich. Vielleicht noch ein letztes Zitat, aber jetzt, und da sage ich nichts mehr über Klimawandel, ich würde gerne über Dinosaurier sprechen. Wir haben ja hier den richtigen Hintergrund. Da gibt es interessante Zusammenhänge. Ich habe vor kurzem mit einem, nein, nicht vor einiger Zeit, mit einem Chefredakteur einer bedeutenden Zeitung geredet. Und er hat gesagt, es gibt zwei Themen, die dafür sorgen, dass das Heft sich garantiert nicht verkauft. Und das eine Thema ist der Klimawandel. Und das andere ist, und das hat mich dann wirklich überrascht, das ist die digitale Revolution. Und da ist entweder mit den Medien was falsch oder mit diesen beiden Themen. Naja, ich meine, ist es nicht auch so, dass wir gerne debattieren und reden über die negativ besetzten Dinge und über die positiven eher nicht. Und die nehmen wir so hin. Ich meine, Vertrauen in die Wissenschaft als Ingenieurwissenschaftler ist das ja nur ein ganz anderes Feld. Also wenn wir uns in einen solchen Raum setzen, gut, das ist Ingenieurwissenschaft von vielleicht gestern und vorgestern, aber wenn wir uns in einen Zug setzen, wenn wir uns an Flugzeug setzen, wenn wir ganz alltägliche Dinge machen, dann ist das eigentlich ein Ausdruck für das Vertrauen in die Ingenieurwissenschaften. Und ich würde, ich hätte vielleicht bis vor zwei Jahren gesagt, das ist eigentlich grenzenlos. Und dann auf einmal gibt es Kollegen in der Automobiltechnik, die ganz große, dumme Sachen machen, wirklich kriminelle Sachen machen. Und das erschüttert zu Recht das Vertrauen in meine Zunft. Und dennoch muss man sagen, überwiegend leben wir in unserer technischen Welt mit einem großen Vertrauen in die Ingenieurwissenschaften. Ja, klar. Klimawandel, um das nochmal anzusprechen, und Ingenieurwissenschaften. Wir sehen, dass die Turbulenzen in der Atmosphäre zugenommen haben. Das merkt man jeden Tag, wenn man viel fliegt. Die Flugzeugtechniker, die Ingenieure, die sich mit Flugzeugstrukturen befassen haben, vor ein paar Jahren entschieden, wir müssen die Auslegungswerte für Flugzeugstrukturen verändern, um auch zukünftig sicher auch in turbulenteren Zeiten fliegen zu können. Das wird natürlich überhaupt nicht wahrgenommen, aber ist aus meiner Sicht schon Grund und Anlass. Und es kommt ja auch dazu, dass man ganz stark hier Vertrauen hat. Aber wir reden da nicht drüber. Darf ich noch eine Erfahrung einfach mitteilen, im Zusammenhang mit meinem Gebiet. Über die 25 Jahre, wo ich da aktiv bin, gibt es eine Gruppe, die niemals mir das Vertrauen entzogen hat oder infrage gestellt hat. Das waren die Generäle des Pentagon. Das ist wirklich interessant. Warum? Weil sie sich den Luxus nicht erleisten können, Evidenzen zu ignorieren. Da meinte ich das mit der Frivolität des Zweifels. Wenn ich für das Leben von 20.000 Mann verantwortlich bin und Equipment für 20 Milliarden Dollar, dann kann ich im Englischen sagen, I cannot take risks. Das heißt, ich nehme mir die bestmögliche Expertise. Aber wenn ich einfach frei hinein zweifeln kann, am Abendbrottisch, im Fußballstadion, wie auch immer, dann spielen wir eben frivol mal mit der Grundlage, die uns den Wohlstand von heute verschafft hat. Aber Herr Schellenhofer, es gibt auch den nicht frivolen Zweifel. Das will ich auch. Aber seitdem die Erkenntnisse der Physik auch dazu geführt haben, dass nukleare Techniken, sowohl im Militär wie auch bei der Energiegewinnung, so prominent wurden, ist die Frage, was hat die Wissenschaft eigentlich zu den Endlagerproblematiken in Bezug auf nukleare Energiegewinnung hervorgebracht? Wie hat die Wissenschaft das gelöst? Etwas, was im atomaren Zeitalter einen Zweifel an der Wissenschaft mit sich gebracht hat, nämlich, dass sie Folgekosten erzeugt, die sie nicht intendiert hat, beziehungsweise die nicht diskutiert wurden, als diese Technik eingeführt wurde. Diesen Zweifel wird man nicht mehr los. Und das ist jetzt, Sie haben das eben erwähnt, bei Gentechnik, wenn es um Lebensmittel geht, die Gentechnik verändert wurden und die Wissenschaftler sagen, das ist in Ordnung, sitzt ein Zweifel bei den Leuten, dass vielleicht in 30 Jahren man rausfindet, es war doch nicht ganz so in Ordnung. Das ist kein Vorwurf an die Wissenschaft, die können nicht alles vorhersehen. Aber in dem Moment, wo die Gesellschaft diese wissenschaftlichen Erkenntnisse verwendet, um diese Pflanzen auszusehen, um auf diese Weise Energie zu produzieren, wird in dem Fall, in dem da was schief geht, in dem man später sieht, was eigentlich an Folgekosten geschehen ist, ein Zweifel auf die Wissenschaft geworfen, der sich dann auch verallgemeinern kann und der nicht unbedingt frivol ist. Ich glaube, dass das jetzt, sagen wir mal, eine nicht ganz zutreffende Darstellung ist, was die Gentechnik betrifft. Die Gentechnik hat natürlich das Problem, dass sie vereinnahmt worden ist, vor allen Dingen von großen Saatgutkonzernen und damit sind wir wieder bei der Ökonomisierung da, wo Profit eine Rolle spielt. Es ist bis heute völlig klar, dass Gentechnik an sich, es gibt keinen einzigen Nachweis dafür, dass sie problematisch ist. Sie ist erst dann problematisch, wenn man mit diesem Werkzeug Pflanzen macht, die man in Glyphosat oder anderen Herbiziden baden kann, zwar das ganze Jahr über, sodass eben halt ganze Landstriche vergiftet werden und auch Menschen vergiftet werden, so wie das in Südamerika halt der Fall ist. Da ist aber nicht die Technik das Problem und auch nicht die Wissenschaft dahinter, sondern da ist sozusagen die Zielsetzung, die damit verfolgt wird, nämlich die Schaffung von Profit und ja auch die Vereinnahmung der Technologie zu diesem Zweck. Das ist das Problem. Naja, also das ist mir zu einfach. Es gibt böse Firmen, die schöpfen wissenschaftliche Erkenntnisse ab und machen dann was, aber die Wissenschaft kann nichts dafür. Ganz so ist es ja auch nicht. Aber bei der Kernindustrie ist es doch ähnlich. Also ich habe diese Debatte anders wahrgenommen, als sie darstellen jetzt. Also die ganze Nukleardebatte von Los Alamos Manhattan Project angefangen bis heute oder Gorleben oder Entlage oder was auch immer. Und es ist eigentlich nicht so, dass in Zweifel gezogen wird, dass der Atomphysiker oder Nuklearphysiker die Kettenreaktion falsch berechnet hätte. Ganz im Gegenteil. Der Zweifel ist an den Motiven der Nuklearindustrie natürlich. was also den militärisch- industriellen Komplex letztendlich, der einem alle möglichen Glücksverheißungen macht. Aber niemals habe ich festgestellt, dass man Zweifel hatte sozusagen an der grundlegenden Physik, die dem Ganzen zugrunde liegt. Sonst würden die Dinge ja auch nicht explodieren. Ich meinte nicht, dass die Physiker die Kernreaktion falsch berechnet haben, sondern dass man von der Wissenschaft erwartete, dass sie die Folgekosten des atomaren Abfalls mit einberechnet in die Problematik dieser Form der Energie. Das würden Sie auch tun, wenn man Sie fragen würde. Ich glaube, in einem Punkt haben Sie mit Sicherheit recht. Und zwar, ich glaube, dass viele Wissenschaftler sich, wenn sie forschen und sich vorstellen, was man mit der Forschung alles machen kann, kein Bild davon machen, was diese Forschung in den Händen einer profitorientierten Firma, und ich sage nicht böse Konzerne. Es gibt aber natürlich, und ich muss es jetzt einfach mal sagen, dass die Saatgutkonzerne in relativ schamloser Weise auch ihre Produkte verteidigen und auch natürlich versuchen, Einfluss auf Wissenschaftler zu nehmen. Das ist im Grunde, sie versuchen es. Ob es ihnen gelingt, ist damit nicht bewiesen, aber all das ist total klar gezeigt und es gibt auch mit Sicherheit Wissenschaftler, die sich vereinnahmen lassen für eine Sache, die eigentlich nur ökonomischen Zwecken dient. Aber in der Sache ist es eben halt so, dass die Technologie daran nicht schuld ist. Es fällt aber auf die Technologie zurück. Gentechnik ist in Deutschland nicht mehr verhandelbar und das ist eigentlich ein großes Drama, das wird uns in der Zukunft noch einholen, weil die neuen Techniken so gut sind, dass sie tatsächlich für viel bessere, für viel vielfältigere Sachen genutzt werden können. Ist aber, kann man vergessen. Also das ist zumindest das, was auch viele Wissenschaftler so denken. Sie sagen, irgendwie kann man nichts mehr machen. Und auch Politiker sagen das. ist es nicht doch am Ende auch eine Frage von Technologie Politik, was wiederum heißt, Politik, die ausreichend genug informiert ist, um möglichst auch Folgen und Vollkosten abschätzen zu können. Denn mittlerweile wissen wir, Kernenergie ist vollkommen unwirtschaftlich, ist eine Technologie, die, wenn man Vollkosten berechnet und da muss man ehrlich ethisch, deswegen damals auch im Grunde dieser Begriff Ethikkommission, muss man ethisch möglichst umfassend Kosten, Einflüsse mit hineinnehmen und wenn man das ausrechnet, ist sie unwirtschaftlich. Und wenn man, man kann natürlich sagen, gut, vor 50 Jahren, 60 Jahren hat man das nicht abgesehen. Als Produktionstechniker würde ich sagen, jede Produktion, die wir anfangen, industriell anfangen, machen wir uns Gedanken darüber, was wir mit den Produktionsabfällen sozusagen mit den ganzen Folgen machen. Sonst würde man ja, was weiß ich, ein Betrieb, der zerspannt Metall und produziert riesige Halden von Spänen und macht sich keine Gedanken darüber, was er mit den Spänen macht. Gut, trotzdem kann man vielleicht sagen, bei den ersten Nutzungen von ziviler Nukleartechnologie war manches vielleicht nicht so offensichtlich. Aber wenn man mal an die heutige Zeit schaut, wir haben Fusion, wir haben Fusionsforschung, die ich wissenschaftlich hervorragend finde, überhaupt nicht in Frage stellen würde, was in Greifswald zum Beispiel passiert, wunderbar, aber wir haben dieses ITER-Projekt, Cadarache, wo versucht wird, das industriell, die industrielle Nutzung zu bringen und da würde ich sagen, da gibt es technologiepolitische Überlegungen, die das vollkommen aberwitzig machen. Denn wenn man mal genau hinschaut, das ist eine Technologie, von der wir nicht wissen, wann sie einsatzfähig sein wird, in 20, 30, 40 Jahren, also in einer Zeitschiene, wo andere Technologien direkter unsere beiden Energiequellen, also entweder die Sonne oder die Erdwärme anzapfen lassen, man sieht das jetzt ja auch schon in der Entwicklung der erneuerbaren Energien, Wind, und Solar, das ist eine Technologie, die radioaktives Inventar produziert, also dadurch, dass man die Wände des Reaktors immer wieder austauschen muss, dass vielleicht nicht 10.000, sondern nur 1.000 Jahre aktiv ist, ist vielleicht ein bisschen besser handelbar, aber immerhin noch sehr anspruchsvoll, ist eine komplexe Technologie, eine sehr zentrale Technologie und dann kommt der springende Punkt, was machen wir denn da eigentlich mit? Wir erzeugen Wärme, mit der Wärme heizen wir Wasser, erzeugen Dampf und treiben eine ganz konventionelle Dampfturbine an mit all den Wirkungsgradlimitierungen, die wir in dem Feld haben, die wir auch nicht überwinden können. Das heißt, wir bleiben im Dampfzeitalter, während alle anderen Möglichkeiten schon längst zwei, drei Generationen weiter sind. Also da, denke ich, muss Technologiepolitik, sagen, nee, das macht jetzt keinen Sinn mehr und muss das aufhören. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass Wissenschaft und Politik da gut zusammenarbeiten und wir auch die Öffentlichkeit möglichst transparent und umfassend informieren und sagen, nee, das und das sind alles Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Nee, zur Kernfusion. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel und Sie haben es, glaube ich, auch exzellent erklärt, dass im Grunde genommen eine Technologie verkauft wird als die große Zukunftstechnologie, die schon längst aus der Zeit gefallen ist, was Ihre Anwendung angeht. Aber ich würde zurückkommen zu dem, was Sie sagten, Herr Forst, weil das ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage. Ist die Wissenschaft, wenn wir mal unterstellen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen mit den besten Methoden versucht, sich der Wahrheit anzunähern? Und ich glaube, das trifft in den allermeisten Fällen einfach zu. Das ist so. Aber ist sie in irgendeiner Form verantwortlich für alle ihre Folgekaskaden, der Antwort, der Anwendung, wie auch immer? Bei mathematischen Theorien ist das meistens kein Problem, bei einer technischen Erfindung ohnehin schon. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich Virologe bin und finde heraus, dass da ein Supervirus herzustellen wäre oder auch schon existiert, der viel tödlicher als HIV ist und viel leichter sich ausbreitet, mache ich dann einfach nur einen Aufsatz in Lancet, der führenden medizinischen Zeitschrift und schweige dann darüber. Natürlich nicht. Genau. Dafür gibt es ja Beispiele. Also es gibt ja diese Gain of Function, so heißt es fachchinesisch, Experimente, wo man Viren noch gefährlicher machen kann, um sie zu testen für künftige mögliche Pandemien, die durch mutierte Viren entstehen. Und da hat es auch riesige Debatten in der Wissenschaft gegeben, die dazu geführt haben, dass die Daten auch nicht vollständig veröffentlicht wurden und wo man auch ein Moratorium, also das Instrument des Moratoriums genutzt hat, um sich klar zu werden darüber, was will man jetzt eigentlich mit diesen Situationen machen. Also es gibt da auch schon eigenverantwortliches Handeln, aber das ist ja nicht die Anwendung, mit der die Menschen normalerweise leben, sondern es geht ja um die Produktion von Alltagsgegenständen. Es geht um Nahrungsbeschaffung. Also nochmal das Thema Glyphosat berührt die Menschen deswegen so sehr, weil es da nicht in erster Linie um diesen einen Stoff geht, sondern um darum, wie sich die Landwirtschaft in den letzten 50 Jahren, naja, sagen wir mal fast 40 Jahren entwickelt hat, also mit unglaublich viel Produktivität und Effizienz sozusagen alles aus dem Boden rauszuholen und aus der Natur rauszuholen und natürlich damit auch Hungerkrisen zu bekämpfen, aber natürlich auch wiederum nicht in dem Maß, wie es immer wieder versprochen wurde. Und das ist dann schon etwas, wo man sagen kann, ja, darum muss sich Wissenschaft vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen, als es früher mal der Fall war. Aber reden wir vielleicht einfach über was, was aus meiner Sicht viel, viel gefährlicher ist als Glyphosat, obwohl dort natürlich Resistenzen auch entstehen, verändert natürlich die Landoberfläche massiv. Und ich wollte den Bezug zu den Dinosauriern ja noch herstellen, die einfach unheimlich viel Pech hatten. Die wären nicht ausgestorben, wenn nicht damals der Asteroid in ein Meeresbecken gestürzt wäre, wo ganz viel Schwefel war. Und das hat dann die entsprechende Verdunklung der Atmosphäre für lange Zeiten gemacht. Also wenn die Jungs ein bisschen Glück gehabt hätten, dann würden wir hier nicht sitzen und die wären also draußen unterwegs. Aber die Frage ist ja, meiner Ansicht nach ist mit die gefährlichste Entwicklung, potenziell natürlich auch positivste, die wir überhaupt nicht im Griff haben und sie unheimlich rasant entwickeln, ist die Frage der künstlichen Intelligenz. Das ist etwas nur getrieben von Opportunitäten. Es ist so, was machbar ist, wird gemacht. Es ist ein unglaubliches Tempo, in dem das vorangeht. In Silicon Valley werden übrigens 40 Prozent aller Projekte nach wie vor vom Pentagon finanziert. Also das ist auch nur eine entscheidende Triebkraft. Und niemand, aber wirklich niemand, hat nur einen Überblick, wie schnell wo was geschieht. Und das wird uns komplett entgleisen, meiner Ansicht nach. Und ich stelle mir vor, dass dann in 500 Jahren vielleicht hier die Skelette des Homo Sapiens ausgestellt sind, die dann bestaunt werden von Cyborgs. So, die noch ein Interesse haben. Also Herr Kleiner, Sie würden in der Mitte stehen, Herr Kleiner. Als der größte Dinosaurier. Nein, aber ist es nicht so, dass wir auch an der Stelle uns Maxim eigentlich geben müssen, ich frage dann auch mal den Philosophen, dürfen wir eigentlich mit Erkenntnissen operieren, die wir nicht verstehen, als Wissenschaftler? Also sozusagen ein künstliches Intelligenzsystem, was Ergebnisse bringt, die wir nutzen, wo wir wissen, wir verstehen nicht, wie sie zustande kommen. Dürfen wir das? Sollen wir das? Also die typische Frankfurter Antwort, ja und nein. Ohne Risiken kann ja Wissenschaft sowieso nicht funktionieren. Wenn du nicht in das vorstößt, was du noch nicht kennst, was du ausprobieren musst, wo du experimentieren musst, wirst du ja nichts Neues rausfinden. Die Risiken muss man eingehen. Schwierig wird es, wenn es zu einer Technologie wird, die gesellschaftlich eingeführt wird. Und da glaube ich, kann man nicht so gut sagen, die Wissenschaft hat dann ihren Dienst erledigt und ab jetzt sind Gesellschaft und Ökonomie am Werk, weil das fließt ineinander. Die Imperative der ökonomischen Verwertung, aber auch der Verbesserung unserer Lebensverhältnisse gehen in die Wissenschaft hinein. Sie ist davon ja nicht frei. Mal abgesehen davon, dass natürlich Forschungsgelder in die Bereiche fließen, wo man sich neue Erkenntnisse, etwa in Bezug auf Lebensmittel, aber auch in Bezug auf künstliche Intelligenz, verspricht. Also ein gewisses Risiko muss sein. Und die Wissenschaft ist gefordert, wenn es darum geht, riskante Erkenntnisse in Technologien umzusetzen. Aber dann brauchen wir eine politische Diskussion. Und die politischen Diskussionen haben wir, und da gebe ich Ihnen recht, da sind wir oft gefangen in Widersprüchen unserer Lebensform. Einige sagen, also du hast das Impfen erwähnt, man soll Kinder nicht impfen, die Natur hat ihre Heilkräfte und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganz starke ökologische Denkweise, die inzwischen an vielen Stellen äußerst wissenschaftsskeptisch bis zur Irrationalität wissenschaftsskeptisch ist. Und dann gibt es eine andere Seite. Das sind die Leute, die sind wissenschaftsgläubig. Die lieben diese neuen Experimente und denen wäre auch eine Welt mit viel künstlicher Intelligenz, selbstfahrenden Autos und selbstfliegenden Flugzeugen und so weiter auch nicht so unlieb. Das heißt also, die Wertedebatte, nach der du fragst, die gibt es schon. Aber die Positionen von denen aus, die Leute das diskutieren, klaffen auseinander. Und hier ist noch viel Arbeit. Das ist eine politische Arbeit und das ist eine Arbeit, wo Wissenschaftler aber mitmachen müssen. Man muss die Risiken benennen, man muss auch die Vorteile benennen von neuen Entwicklungen und Horrorszenarien sind da nicht besonders dienlich, auch wenn man sie nicht ganz ausschließen kann, weil nukleare Katastrophen sind wirkliche Katastrophen. Aber darf ich den Philosophen noch beim Wort nehmen, weil Sie sagten, ein gewisses Risiko muss sein. Was ist mit den ungewissen Risiken? Ja, also, wenn man neue Medikamente untersucht, und da bin ich nun wirklich kein Experte, und man verwendet, man geht in die Gentherapien hinein, dann experimentiert man mit Dingen, wo man ja vielleicht unkalkulierbare Risiken zunächst einmal in Kauf nimmt, um zu schauen, was passiert mit gewissen Keimbahneingriffen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese riskante Wissenschaft betrieben werden muss, um zu sehen, ob wir vielleicht gewisse Krankheiten, die lange als unheilbar galten, vielleicht doch heilen können durch bestimmte Eingriffe. Also man geht ins Ungewisse. Nur als politischer Philosoph noch mal ganz kurz. Die Utopien, die wir über 500 Jahre seit Morus diskutieren, hatten ganz oft, etwa bei Bacon oder Campanella, im Inneren des Herrschaftssystems Labore, wo über neue Formen des Menschseins geforscht wurde, was die anderen Menschen nicht wissen durften. Aber im inneren Kern wurde so etwas ausprobiert. Also seit es den wissenschaftlichen Geist in der Gesellschaft gibt, gibt es diese Suche, dieses Vortasten auf das Unbekannte. Aber das war natürlich Spielerei. Ich glaube, Wissenschaft ist immer ein Vortasten hin zum Unbekannten. Was jetzt die medizinische Studie oder Gentherapien betrifft, da muss man auch wirklich sagen, das ist eine extrem schwierige Abwägungssache. Und das geht nicht damit einher, dass da ein Forscher sich hinstellt, ein Mediziner sich hinstellt und sagt, das machen wir jetzt mal, im Keller bauen wir was auf. Überhaupt nicht. Also das ist extrem sensibel und eine Abwägung, da wird meistens der Blick ins Auge des Todes abgewogen gegen die tatsächlich vorhandenen Risiken einer unbekannten Therapie. Viele Menschen sind dazu bereit. Die Frage ist, wie schnell bringt man solche Therapien auf den Markt? Und zweitens, wie schnell öffnet man sie für eben halt andere Situationen, in denen die Abwägung eine andere ist? Also wo man nicht gegen das Todesrisiko oder den nahe bevorstehenden Tod abwägt, sondern wo man einfach Patienten hat, die auch mit alternativen Methoden behandelt werden können. Also das ist sehr schwierig. Ich, ja, das wollte ich jetzt eigentlich gerade nur nochmal dazu reichen. Aber auch wenn ich, brauchen wir nicht viel stärker eine Debatte darüber, und zwar in der Wissenschaft, dann mit der Gesellschaft, mit der Politik natürlich auch, aber zunächst mal in der Wissenschaft über zwei Fragen, was wollen wir wissen und was wollen wir können? Denn manches, manches, also ich habe vor zwei, drei Wochen ging, ich glaube in der Süddeutschen ein Bericht über einen Kollegen, meistens sind es ja Kollegen, die solche Dinge machen, in den USA, der daran arbeitet, sozusagen das menschliche Gehirn in ein Computersystem zu packen. Und sagt, in 100 Jahren wird das möglich sein. Und ich frage mich dann, in 100 Jahren haben wir wie viel, sieben, acht, neun Milliarden Menschen auf der Erde? Wollen wir das denn eigentlich können? Also und für wen wird das denn dann sein können? Also insofern findet sich eigentlich so eine Überlegung gleich. Und sagen, also das mag ja alles schön und gut sein, aber kann das denn eigentlich unser Wille sein? Und ich kombiniere das jetzt mal mit einem anderen Eindruck. Ich kann nur empfehlen, allen mal in Washington dieses neue Museum für African American History and Culture, was Obama noch eingeweiht hat, anzuschauen. Da gibt es an einer Stelle, wo man sozusagen aus dem Bereich Sklaverei, Sklavenschiff und so weiter reinkommt, in die modernere US-amerikanische Geschichte. Da öffnet sich auf einmal das Museum, so groß wie hier vielleicht, es ist eine Wand, da ist die Declaration of Human Rights, Jefferson auf einem Podium. All men are equal und hinter ihm aufgebaut sind Backsteine oder so Schuhkarton-artige Dinger und auf jedem steht ein Name drauf. Und die symbolisieren die insgesamt 500 Sklaven, die Jefferson hatte. Zu der Zeit, als er es geschrieben hatte, hatte er 120 oder 100 Sklaven gleichsam in Benutzung. Und da relativiert sich das ja sofort. Also einerseits, der hat das ja sozusagen honestly geschrieben, all men are equal, das sind weiße Männer, für die es galt. Aber nicht für Frauen, kam ja viel später das Wahlrecht, und schon gar nicht für Black oder African Americans und schon gar nicht für deren Frauen. Also ich will sagen, wir müssen uns, glaube ich, über manches viel bewusster werden, was in der Zeit richtig und was falsch ist. Aber darf ich ja auf Ihre Frage zurückkommen, weil, oder die Doppelfrage, die sehr wichtig ist, meiner Ansicht nach, also was wollen wir wissen, was wollen wir können? Also ich glaube, man macht sich wenig Vorstellungen davon, was gerade im Augenblick alles entwickelt und erfunden wird und niemand eine Debatte darüber führt, ob das etwas ist, was man wissen will. Also Sie sagen, die Wissenschaft sollte dafür eine Debatte führen, möglicherweise sogar eine Folgenabschätzung machen. Aber ich glaube, dass das heillos hinterherhächelt der wirklichen Entwicklung in der synthetischen Biologie. Ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht gelesen haben, heute oder gestern hat ein neuronaler, also künstlich intelligentes Schachsystem den besten Schachcomputer der Welt geschlagen. Also der Wettbewerb wird gar nicht mehr zwischen Mensch und Maschine ausgetragen, sondern zwischen zwei Typen von Maschinen. Ich habe selbst mit neuronalen Netzen früher als Physiker gearbeitet, aber da haben wir das eingesetzt, um Spinngläser zu verstehen in der Festkörperphysik. Inzwischen hat sich das völlig verselbstständigt, weil diese selbstlernenden Systeme, die natürlich nach dem Gehirn modelliert sind, die können alles, was ein Expertensystem ist, innerhalb von vier Stunden lernen. Also dieses neuronale Netz hat nur vier Stunden gebraucht, um sich selber Schach beizubringen und hat dann den besten Schachcomputer der Welt geschlagen. Das ist einerseits toll, faszinierend, aber wer hat dann das noch untergebracht? Kontrolle. Die DFG, die Leibniz-Gesellschaft? Ich glaube... Die Leibniz-Gemeinschaft auf jeden Fall. Naja, die schon, aber sonst niemand. Ich glaube, es ist jetzt wirklich so, also egal welches Thema wir nehmen, wir kommen eigentlich immer wieder an denselben Punkt. Also welche Verantwortung muss die Wissenschaft selbst für das übernehmen, was sie tut und wie muss sie sich auch in die politischen Diskurse einbringen. Also dass Wissenschaft Politik machen müsste, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist nicht so. Sie macht sie auch nicht. Die Gesellschaft ist am Ende die, die in der Demokratie die entscheiden soll. Aber die gewählten Vertreter dieser Demokratie brauchen natürlich einen Input. Und ich glaube wirklich, dass egal auf welchem Feld... Und ich finde gerade die Klimafolgenforschung hat gezeigt, dass das möglich ist, dass man aktiv relativ großen Einfluss nehmen kann, positiven Einfluss. Nicht jetzt immer im Sinne der eigenen Sache, sondern aber Aufmerksamkeit erzeugen kann für Problematiken, also dass die Wissenschaft wirklich sich an die gewählten politischen Vertreter der Gesellschaft wendet und aktiv sich einmischt und sich davor eben halt auch nicht fürchtet. Aber an der Stelle, also ich gebe Ihnen recht, aber an der Stelle müssen wir natürlich auch sagen, dass Wissenschaftler auch Menschen sind. Und das bedeutet, also nicht alle, aber die meisten, einige sind auch Roboter, aber Anwesende ausgenommen. Weiß man nicht. Es gibt Wissenschaftler, die sind so durchdrungen von den neuen Möglichkeiten einer Energiegewinnungstechnologie, einer gentechnisch veränderten Pflanzenart, von der die glauben, dass sie den Hunger in Erdteilen, wo wenig Wasservorkommen sind, beheben können wird. Die sind begeistert, weil sie wissen, weil sie glauben, das geht wissenschaftlich und weil da noch ein ethischer Impuls dabei ist. Das ist gut für die Menschheit. Der andere Wissenschaftler guckt genau auf dasselbe Ding und sagt, das sollte man besser nicht fördern, die Risiken sind zu groß. Die sind beides gute Wissenschaftler, aber sie haben eine andere Vorstellung davon, was ethisch verantwortbar ist, auf wie viele hundert Jahre man Risiken berechnen muss und so weiter. Das heißt also, der Wissenschaftler, der der Politik sagt, so ist es, hört mir zu. Den gibt es so nicht. Aber Sie deuten ja jetzt damit an, dass der eine Wissenschaftler, der mit dem ethischen Impuls die Risiken übersieht. Nein. Oder ignoriert. Nein, ich will sagen, Sie schätzen die unterschiedlich ein. Weil in die Art, wie die Wissenschaft betreiben, das ist eingebettet in ein ganzes Verständnis, wie Gesellschaften funktionieren, welche Risiken akzeptabel sind und welche nicht. Und da spielt eine ganze Menge eine Rolle, die nicht reine Wissenschaft ist, weil der Wissenschaftler Mensch ist. Er will was bewegen und der eine ist risikoscheu, der andere ist risikofreudig. Aber ich würde dem einen nicht die Ethik absprechen, wie dem anderen auch nicht. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, dass Wissenschaftler gelegentlich auch Menschen sind und dass sie unterschiedliche Charaktere sind. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Das ist eine gesicherte Erkenntnis. Aber mich interessiert vielmehr, wie die Wissenschaft als System agiert. Vertreten durch die Nationalakademie, durch die Ständeorganisationen und so weiter. Weil nur das System als Ganzes kann ja mit dieser Verantwortungsfrage, wenn überhaupt, zurechtkommen. Und nicht der Einzelne. Das wäre gerade falsch, dass wir sagen, im ersten Semester kriegt jeder einen Ethikkurs, ganz gleich, ob er Geografie oder Physik oder Biologie studiert. Und mit diesem Rüstzeug wird er dann schon die richtige, er oder sie, die richtige Entscheidung werden. Das ist es gerade nicht. Das heißt, die Wissenschaft muss als System, als komplexes System versuchen, die möglichen Auswirkungen ihrer Erkenntnisse einzufangen. Und das geht aber übrigens nur, das ist meine Hypothese, wenn der Fortschritt uns nicht zu weit vorauseilt. Ich möchte eben noch mal eine Sache kurz sagen, damit das nicht untergeht. Natürlich ist es so, dass Wissenschaftler unterschiedliche Ansichten darüber haben, welche Folgen oder auch welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt für das, was eben halt an Erkenntnis da ist. Es ändert aber nichts an der Erkenntnis. Also die gesicherte Erkenntnis und die schließt halt die Risiken auch meistens mit ein, also gerade wenn es um neue Technologien geht. Auch da gibt es eben halt das, was man eben als gesicherte Erkenntnis bezeichnen darf und Evidenz mit anderen Worten. Und davon kann sich kein Wissenschaftler freimachen durch seine Interpretation. Und das ist halt das, was oft so missverstanden wird, dass es irgendwie, dass so Wissenschaft auch irgendwo Meinungssache ist. Also gerade in den Naturwissenschaften oder in den technischen Wissenschaften ist es das eben nicht. Also die Erkenntnis ist nicht diskutabel, die ist da. Das ist nicht die große absolute Wahrheit, die für immer getroffen wird, jedenfalls nicht in allen Fällen. Aber es gibt einen Stand der gesicherten Erkenntnis und an dem muss man sich orientieren. Okay, also das interessiert mich. Also was sagen denn die Natur- und Ingenieurwissenschaften darüber, wie genau, wie gesichert die Erkenntnis über Risiken einer neuen Technologie ist? Weiß man, ab welchem Punkt weiß man denn, das Risiko ist 3% einer Katastrophe, 5%, 10%? Ab welchem Punkt weiß man das denn? Sie wissen es auf jeden Fall sehr viel genauer als Mediziner, die eine Notoperation vornehmen müssen, die ständig über Leben und Tod entscheiden, aufgrund viel geringerer Evidenzen. Und wenn sie entsprechend uns Zeit geben und entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, können wir eine Evidenz von 95% auf 98% schrauben und mehr ist nicht notwendig, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich möchte ein Beispiel aus den Ingenieurwissenschaften bringen. Und ich würde schon damit auch sagen wollen, wir handeln nicht mit Wahrheit, sondern wir beziehen uns auf Wissen, das so lange als gesichert gilt, wie es nicht widerlegt wurde. Und sozusagen diese Wissensfront, die schreitet voran. Es gibt ein schönes Beispiel aus den Ingenieurwissenschaften, wenn wir Konstruktionen machen, die bestimmten Sicherheitsanforderungen genügen sollen, dann haben wir sogenannte Sicherheitsbeiwerte. Das heißt, wir rechnen aus, wann wird etwas kaputt gehen und den Querschnitt dessen, was dann etwas tragen soll, den vergrößern wir dann nochmal um diesen Sicherheitsbeiwert. Und je besser man das Materialverhalten kennt, umso geringer kann man diese Sicherheitsbeiwerte machen, weil sie ja eigentlich Unsicherheitswerte sind. Sie beschreiben die Unsicherheit unseres Wissens dazu. In der Flugzeugbranche hat man so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Sicherheitsbeiwerte oder Unsicherheitsbeiwerte verändert, weil man gesehen hat, wir können mit dem Material, was wir immer besser wissen, viel schlanker, beim Fliegen kommt es aufs Gewicht an, viel schlanker konstruieren. Das heißt, wir können die Sicherheitsbeiwerte senken, weil wir dichter an das gesicherte Wissen zu der Zeit rankommen konnten. Ich glaube, dieser Mechanismus macht ganz gut deutlich, welcher Dynamik Wissenschaft da auch unterliegt. Sozusagen das fortschreitende Wissen, was besser wird, aber das alte dann auch widerlegt, dass wir damit handeln. Aber darauf müssen wir uns auch verständigen. Also das, was im Moment als gesichertes Wissen gilt, in Frage zu stellen und sozusagen nach hinten zu schauen, das finde ich, wäre genauso falsch, wie zu sagen, wir haben die Wahrheit. Ich glaube, das müssen wir auch der Gesellschaft und der Politik vermitteln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es auch in den aktuellen Debatten immer wieder heißt, nochmal das Beispiel Glyphosat, solange nicht sicher feststeht, dass dieser Stoff nicht krebserregend ist oder nicht die und die Schäden in der Umwelt anrichtet. Das ist, also diese Forderung, die ja mit dem Vorsorgeprinzip in Verbindung gebracht wird, das ist eine Forderung nach absolutem Wissen, die die Wissenschaft, und das versteht irgendwie keiner, gar nicht leisten kann. Das ist so, und immer wieder steht sie im Raum und man weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll, weil es geht einfach nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich glaube, dass die Wissenschaft viel härterer daran arbeiten muss, auch unter anderem nicht alles zu erklären, wie es ist, sondern wie Wissenschaft funktioniert. Ja, das würde ich unterstützen. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, was sicheres Wissen etwa in der Teilchenphysik ist. Da hat man sogar eine klare Definition dafür gemacht. Denken Sie daran, Higgs-Bosan und so weiter, großer Hype und so weiter. Ich habe selbst da mit Leuten gesprochen dazu. Da ist es, wenn Sie eine Fünf-Sigma-Wahrscheinlichkeit erreicht haben. Das heißt, Standardabweichungen kann man definieren, sozusagen. Und Sie sind einfach bei einer Wahrscheinlichkeit eins zu mindestens zehn Millionen Sachen dieser Art. Da kann man nur weiter treiben. Und dann setzt man einfach willkürlich eine Grenze und sagt, jetzt ist dieses Teilchen beobachtet. Und es funktioniert wunderbar in der Praxis. Das ist völlig klar. Wenn man aber jetzt wirklich warten würde, bis man die weiteren Nullstellen abgeräumt hätte, würde man nie zu einer vernünftigen Hypothesenbildung kommen. Ich würde vielleicht noch dazu sagen, Paradigmenwechsel, Falsifizierung kennen wir alles. Das ist Logik der Forschung und so weiter. Max Planck, der hier um die Ecke gearbeitet hat, hat eine andere Theorie aufgestellt, wann Wissen ersetzt wird. Er hat gesagt, alte Theorien werden nicht widerlegt. Sie sterben aus, wenn ihre Protagonisten aussterben. Gut. Das wäre aber eine Dynamik, die wir heute zu... Ja, Max Planck. Ich habe es nicht gesagt. Er ist nur der Vater der Quantentheorie. Also wir müssen vielmehr nicht nur über unsere Ergebnisse und über unser Wissen reden, sondern auch darüber, wie wir da rangekommen sind. Über Forschungsprozesse reden, die erläutern, die Randbedingungen erläutern. Wir müssen erläutern, wie sicher oder unsicher die Dinge sind, was das für Konsequenzen hat. Und wenn ich von informierter und robuster Gesellschaft spreche, dann meine ich genau das, dass wir auch einschätzen können, wie belastbar Wissen ist und welche Konsequenzen das für den Einzelnen mit welcher Wahrscheinlichkeit hat, führt. Denn wir wissen alle, wie hoch das Risiko oder die Chance ist, im Lotto zu gewinnen. Insofern gibt es schon einen Sensus dafür, was Wahrscheinlichkeit hat. Ich würde vorschlagen, wir sind jetzt hier über eine Stunde im Vierergespräch, dass wir ein wenig öffnen. Vielleicht nur uns eine halbe Stunde, wenn Sie mögen, auch mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen, mit Ihren Diskussionsbeiträgen befassen. Es gibt Mikrofone, Rückemann steht dort, wahrscheinlich noch jemand anders. Ich frage Sie einfach mal, wer von Ihnen hat Fragen, hat Anmerkungen. Ich würde Sie nur bitten, A, sich kurz zu fassen, damit wir uns dann auch in kurzen Antworten mit Ihrer Frage oder Ihren Anmerkungen befassen können. und B, vielleicht ganz kurz zu sagen, wer Sie sind, damit wir sozusagen Face-to-Face sprechen können. Wer mag beginnen? Es gibt sicherlich doch das eine oder andere. Könnten Sie es gar nicht anders vorstellen. Dort hinten gibt es eine Anmerkung. Ja, guten Abend, vielen Dank. Vielleicht stehen Sie am besten auf, damit wir Sie sehen können. Es ist uns ein bisschen schwer. Guten Abend, vielen Dank für die Veranstaltung. Ich finde es sehr interessant. Joyce Möbius ist mein Name und ich komme aus Interesse hierher, bin keine Wissenschaftlerin und ich wollte einen Aspekt, ich sitze die ganze Zeit vom Titel dieser Veranstaltung, den Sie nicht die ganze Zeit sehen und mir fehlt eine Sache, die ich extrem wissig finde, weil ich an der Schnittstelle sitze sozusagen manchmal zwischen Wissenschaft und den Leuten, denen ich es erklären muss. Frau Zinkern bringt als Journalistin eine unwahrscheinliche Übersetzungsleistung jedes Mal, wenn sie sozusagen Wissenschaft nutzt, um ihre Arbeit machen zu können. Der Aspekt, wie sie sprechen, wie Wissenschaft spricht, denke ich, ist enorm wichtig, um verstanden zu werden. Und ich habe drei sehr verschiedene Fächer studiert, wo ich merkte in der Schnittstelle danach, dass die sich überhaupt nicht verstehen, schon obwohl da kluge, sehr kluge Leute überall sitzen. Und ich sehe auch, dass, oder beobachte, dass, oder ich bekomme das Gefühl, dass Wissenschaft an vielen Stellen gar nicht verstanden werden möchte, ja, dass Argumente gebracht werden, dass man in einer bestimmten Komplexität anscheinend sprechen muss, um ernst genommen zu werden in ihren Kreisen. Und ich würde sagen, das ist nicht so. Denn ich sehe, und ich arbeite in dem Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel, dass gerade die, die einfach sprechen, die sozusagen die Übersetzungsleistung nicht nur den Journalisten oder den Schnittstellen überlassen, dass die sehr viel besser ankommen mit ihren Botschaften. Vielleicht ist es ein bisschen ein Appell, zu überlegen, wie spreche ich und was nutze ich, um sozusagen meine Erkenntnisse auch an die, ja, in die Debatte zu bringen, damit das, dass Fakten und Meinungen gebildet werden können, ohne immer eine Übersetzungsleistung zu bringen und das als Chance zu begreifen. Dankeschön. Das war jetzt, glaube ich, keine Frage, aber so ein Input. Vielen Dank. Haben Sie das sprechen lernen müssen? Also ich habe ja auch eine wissenschaftliche Ausbildung und würde auch behaupten, dass ich mich immer noch sehr gerne mit wissenschaftlichen Papers und so weiter beschäftige. Das ist jetzt natürlich eine schwer zu beantwortende, also das kann man jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie alle Wissenschaftler sprechen lernen müssen. Und zu einem gewissen Grad kann man es, glaube ich, auch nicht lernen. Das ist dann auch irgendwie eine Gabel. Manche haben es mehr, manche weniger. Herr Schellenhuber hat es sehr. Herr Forst kann auch sehr gut reden. Andere, die hier nicht regelmäßig auf Podien sitzen, sind vielleicht eher nicht so der Typ. Aber natürlich ist es so, und ich glaube, das ist in den Forschungsinstitutionen auch schon angekommen, dass man die Wissenschaftler auch fit macht für Nachfragen, also dass sie in der Lage sind, am Telefon meistens einem Journalisten zu erklären, was hat das jetzt für Folgen oder wie schätze ich das ein. Das wird auch immer besser. Aber was ich nicht bestätigen kann, ist da eine Ignoranz, also manchmal vielleicht so eine gewisse Naivität, was denn die Leute da draußen alles wissen. Also ein gutes, super Beispiel, ich habe gestern mit einer Kernphysikerin gesprochen, ich war gestern in Darmstadt und eine junge Kernphysikerin, die versucht hat, mir zu erklären, warum sie ionisierte Goldionen, also Goldionen auf eine ionisierte Goldfolie schießt. Ich bin Biochemikerin und wie Sie sich denken können, ich habe nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Teilchenphysik. So ein paar Sachen habe ich schon mal mitbekommen, Higgs-Zeichen und so. Aber also die hat sich so unglaublich bemüht, mir zu erklären, dass das alles dazu da ist, um zu verstehen, wie Masse entsteht. Und sie hat es ganz wundervoll erklärt. Sie ist aber davon ausgegangen, dass jeder Mensch weiß, was ein Positron ist und dass jeder Mensch auch weiß, was ein Neutron und ein Proton ist. Und da habe ich jedes Mal gesagt, glaube ich nicht, nee, ich glaube, das weiß nicht jeder. Und ich glaube, das ist vielleicht eher so der springende Punkt, denn viele, stelle ich immer wieder fest, viele junge Forscher vor allen Dingen, können sich eigentlich, können super erklären und auch sich super ausdrücken. Sie gehen aber viel zu sehr von hohen Voraussetzungen aus. Und die gibt es halt nicht bei jedem. Das kann auch niemand verlangen, auch in der Genetik nicht. Und das wäre jetzt auch nochmal ein Appell sozusagen, auch nochmals an die Forschung, da vielleicht sich ein bisschen mehr mit den Standards zu befassen. Gibt es weitere Anmerkungen, Fragen? Ich glaube, da hinten ist eine Handtrag. Ja, vielen Dank, Gregor Hagedorn, Naturkundemuseum hier vor Ort. Sie hatten das in Ihren Kommentaren schon angesprochen, dass es ja bei der Beziehung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft nicht nur um das reine Wissen, um die Fakten, um die Meinungen geht, sondern ganz stark darum, wie werden Erkenntnisse tatsächlich in Handeln übersetzt. Und ich möchte anregen, dass wir vielleicht darüber kurz, dass Sie darüber vielleicht kurz reflektieren. In der Wissenschaft haben wir das Problem ja auch. Das heißt, wir stellen Hypothesen auf. Wir haben bestätigende Erkenntnisse. Es bleibt ein zunehmend kleiner werdender Grad an Unsicherheit. Und dennoch müssen Wissenschaftler, muss die gesamte Wissenschaft als Einrichtung zum Handeln kommen. Sie müssen zu dem Entschluss kommen, große Forschungsmittel zu investieren, um bestimmte Fragen zu klären. Ob das jetzt die persönliche Arbeitskraft ist oder ob das Großforschungszentren sind. Und ich denke, diese Handlungsweise, sozusagen dieses Verständnis über unvollständige Faktenlage, über zunehmend sicherere Faktenlage und dennoch die Einsicht zu handeln. Vielleicht lässt sich daraus auch etwas für unsere Gesellschaft gewinnen, wo ich beobachte, dass genau da der Knackpunkt ist, dass wir sozusagen politisch, dass wir wissen, aber politisch nicht handeln. Und dass aus dieser Dissonanz des Wissens und Nichthandelns auch zunehmend eine Unzufriedenheit entsteht. Das hat was meiner Ansicht nach mit Wissenschaftstheorie zu tun, nämlich mit der Fähigkeit, wie ich Unsicherheit, Unwissen, Wahrscheinlichkeiten einschätze und dann zum Handeln übergehe. Ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Und vielleicht kann dort ein Gesellschaftswissenschaftsaustausch auch beitragen für die Transformation, die wir brauchen. Ich würde gern was dazu sagen. Also zwei Anmerkungen. Einerseits ist das natürlich ein hochinteressantes Modell in dem Sinn, dass Sie sagen, die innerwissenschaftliche Rationalität, die Abwägung sozusagen Unsicherheiten versus Einsatz von Mitteln und dergleichen, ist gewissermaßen ein Modell, ein Rollenmodell, das sich im Prinzip auf die Wirtschaft, auf die Politik, auf die Gesellschaft übertragen könnte. Und es war lange Zeit in der Tat nach dem Zweiten Weltkrieg die Hoffnung, die Utopie, wenn Sie so wollen, Operations Research im Wesentlichen, Bounded Rationality, Sie kennen all diese Dinge, Systemanalyse. Das funktioniert zum Teil, Sie können es auf die Logistik übertragen und so weiter. Ich würde allerdings, also ich gebe Ihnen im Prinzip recht, das ist auch nicht hinreichend exploriert, ob es möglich ist, ob quasi die innerwissenschaftlichen Diskursprozesse mit ihrer Rationalität, ihrer beschränkten Rationalität, auf die beschränkte Rationalität von politischen Entscheidungen übertragen werden könnten. Im Prinzip ja. Ich glaube allerdings, dass jede gesellschaftliche Sphäre, also die Wirtschaft, die Politik, die Kunst, hochinteressant, aber auch die Wissenschaft ihre eigenen Gesetze hat. Für mich ist die Wissenschaft, und das erlebe ich tagtäglich, vor allem kreative Anarchie. Also mit anderen Worten, man muss einfach ganz verrückte Dinge denken dürfen und man muss Mittel auch in den Sand setzen dürfen und so weiter. Ich brauche einfach ein buntes Gewusel sozusagen von Vorstellungen und Fantasien, die man dann natürlich wieder einhegen muss. Aber ohne dieses anarchische Element funktioniert meiner Ansicht nach Wissenschaft nicht. Und ich würde mich scheuen, diese Anarchie auf die Gesellschaft zu übertragen. Wie viel Anarchie steckt in den Forschungsklustern normativer Ordnung? Ja, also wenn man Geistes- und Sozialwissenschaften betreibt, ist der Zusammenhang von Erkennen und Handeln ein bisschen anders, glaube ich. Das soll nicht heißen, dass man sich den Wissenschaftler ganz als praktischen Menschen vorstellen muss, deren konkrete soziale Aufgabe sieht, die man mit Mitteln der Wissenschaft behandeln und lösen muss. Also auch die über normative Ordnung nachdenken, kommen nicht mit Patentrezepten raus, nach zehn Jahren, wie man die Gesellschaft umbauen muss. Aber wenn ich heute Islamwissenschaftler bin, dann stelle ich heute die Fragen anders als vor 20 Jahren. Wenn ich heute politische Philosophie betreibe, dann ist die Frage, die wir eben mal kurz aufgeworfen haben, universelle Werte, globale Gerechtigkeit, globale Prinzipien und ihre Begründung, vielleicht anders drängend, als man das zu früheren Zeiten wahrgenommen hat. Das heißt also, jetzt mal nur für die Geistes- und Sozialwissenschaften gesprochen. Und die Frage wäre dann, ist das nicht für die Naturwissenschaften ganz ähnlich mit den entsprechenden Änderungen? Diese Wissenschaften sind immer im Dialog mit der Gesellschaft. Die Fragen, die an diese Wissenschaften herangebracht werden, sind immer soziale Fragen. Und deshalb ist auch jemand, der sich heute über die antike Form, über antikes Zusammenleben unterschiedlicher Religionen, Wer das heute erforscht, kommt natürlich mit Fragen da dran, die aus der heutigen Situation sich stellen. Das heißt nicht, dass die Leute zu denselben Erkenntnissen kommen. Da ist was an Eigengesetzlichkeit der Wissenschaft, weil das Material, das du triffst, dich manchmal in eine Richtung lenkt, die du nicht vorhergesehen hast. Das ist auch in der Philosophie so. So mancher, der als Relativist angefangen hat, ist als Platoniker geendet oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Das sind die Abenteuer, die die Wissenschaft bereithält. Aber wer heute in diese Wissenschaft, auch die Wirtschaftswissenschaften, die wir anfangs kurz angesprochen haben, hineingeht, der wird, wenn er Volkswirt ist, an bestimmten Krisenerscheinungen, die wir die letzten 15 Jahre gesehen haben oder 10 Jahre, das wird eine Rolle spielen. Und das wird im Theoriedesign sich niederschlagen. Das heißt also, wir dürfen bei aller Eigengesetzlichkeit von Wissenschaften nicht sehen, dass der Wissenschaftler immer aus einer konkreten Motivation heraus mit seinen Fragen in die Wissenschaft geht. Und nicht wenige der Leute oder vielleicht sogar alle, die in die Pharmazie gehen und in die biochemische Forschung, die sich mit Medikamenten befasst, haben natürlich eine Frage in Bezug auf bestimmte Krankheiten. Vielleicht haben sie Erfahrungen mit diesen Krankheiten gehabt, das weiß ich nicht. Aber wir müssen uns die Wissenschaft als eine menschliche Praxis vorstellen, die immer aus ihrer Zeit heraus Fragen generiert, die in 50 Jahren vielleicht so niemanden mehr interessieren. Heißt es nicht heute, wenn wir dem Anspruch gerecht werden wollen, auch als Wissenschaft gesellschaftlich verantwortlich zu sein und unseren Beitrag zu leisten, heißt das nicht, reflektiert zu handeln oder zu solch reflektiertem Handeln der Gesellschaft beizutragen. Wenn ich jetzt mir mal die Bandbreite der Wissenschaften, es gibt ja eigentlich nicht die Wissenschaft, sondern es gibt ganz unterschiedliche Disziplinen, die jeweils auch unterschiedliche Sprachen, Gesetze und so weiter haben. Wenn ich jetzt mir mal die Wissenschaften anschaue, dann würde ich schon konstatieren, dass an dem einen Ende in den Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften, auch in den Ingenieurwissenschaften, wir viel mehr Reflexion brauchen, dessen, was wir tun, was wir tun können, was wir wollen und so weiter. An dem anderen Ende, wo es um die Geistes-Sozialwissenschaften geht, deren Hauptmetier die kritische Analyse ist, dass wir dort viel mehr Mut brauchen, die Grenze zwischen Problemaufriss und Lösungsbeschreibung zu überwinden, also doch stärker zu handeln und in dem Sinne auch zusammenzukommen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Es gab dort hinten eine Wortmeldung, schwer was zu erkennen. Peter Pascher, mein Name, vom Deutschen Bauernverband. Vielen Dank für die interessante... Sie müssen ein bisschen lauter reden, wir verstehen das ganz schlecht. Die Technik muss ich ein bisschen lauter machen, damit wir sie verstehen. Ja, die macht das schon, wenn sie... Ja, danke. Peter Pascher, mein Name, vom Deutschen Bauernverband. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Mehrfach ist ja das Thema Glyphosat aufgerufen worden und für mich ein sehr klassisches Beispiel für die Vertrauensfrage von Wissenschaft. Die Fakten sprechen alle für Glyphosat, wenn man sich mit der Materie näher befasst, wissenschaftsbasiert, faktenbasiert. Aber unsere Gesellschaft, ich will sagen Gesellschaft, auch Parteien, nehmen sowas von Position zu diesem Thema, wo es dann letztendlich darauf hinausläuft. Es könnte, es könnte, könnte dreimal konjunktiv doch etwas an dem Thema dran sein, dass Glyphosat für den Menschen schädlich ist, obgleich die Wissenschaft das verneint hat. Also dieses Restrisiko, was jetzt ja mehrfach in der Diskussion angesprochen worden ist, dieses Restrisiko, was vermutlich ganz, ganz klein ist, wird überhöht und führt trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse vermutlich dazu, dass die deutschen Genehmigungsbehörden dieses Pflanzenschutzmittel nicht zulassen wollen, nicht zulassen werden, weil auch die Politik sich der Gesellschaft diesem Misstrauen anschließt. Es könnte, könnte ja doch was dran sein. Wieder aller wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ist das nicht, und das ist meine Frage, nicht auch eine Vertrauensfrage oder eine Misstrauensfrage gegenüber der Wissenschaft, dass man gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse doch nicht glaubt, weil es könnte, oder ist es vielleicht auch eine deutsche, besonders deutsche Eigenschaft, auch bei dem geringsten Risiko oder die Risikoerhöhung, also auch, Herr Professor Schell, Sie sprachen von 98 Prozent, wir können immer noch ein bisschen besser werden. Aber ich glaube fast, dass wir insgesamt dazu neigen, auch wenn das noch die Millionste Null hinter dem Komma ist, dass dann noch dieses Risiko in den Medien, und auch die Süddeutsche ist ja auch nicht die Süddeutsche, wenn man die Kommentare liest, gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu, zu diesem Thema, dass wir dieses erhöhte Risikodenken so was tief in unserer Gesellschaft drin haben. Hat die Wissenschaft da noch eine Chance, da durchzukommen? Ich beginne mal vielleicht... Darf ich nur eine Frage stellen? Weil die Frau Zinker, das ist natürlich die Expertin. Mir geht ja durch den Kopf, inwieweit die Wissenschaft in diesem Zusammenhang instrumentalisiert wird, weil es ja in der Umsetzung dessen gar nicht darum geht, ist Glyphosat schädlich oder nicht schädlich, sondern welche Art von Landwirtschaft ermöglicht eigentlich der Einsatz. Ja, aber das ist, glaube ich, das ist der entscheidende Punkt. Ich bin kein Glyphosat-Experte. Ich denke, dass man mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit, wie man so schön sagt, ausschließen kann, dass hier krebserregende Mechanismen vorhanden sind. Aber, dass die Landschaft natürlich beeinflusst wird, unter anderem, soweit ich das weiß, Erzeugung von Resistenzen. Wann immer Sie in ein Ökosystem eingreifen, haben Sie Folgen. Und möglicherweise hat man die Kette der Folgen nicht komplett überschaut. Ich finde aber in dem Zusammenhang Interessante, was die Frau Zinkert vorhin sagte, dass nämlich durch so eine Debatte, und das dürfte nicht sein, die Wissenschaft kann sich ihren, bei Glyphosat, möglicherweise müsste man noch zwei Stellen hinter dem Komma erforschen, aber dass damit andere groß angelegte Möglichkeiten, etwa in der Gentechnologie, war sie so unter Generalverdacht geraten, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Und dazu kann ich schon was sagen, weil ich bin Mitglied der päpstlichen Akademie, die ein relativ elitäres Gremium ist, und die hat letztes Jahr eine Veranstaltung gemacht, und wirklich die führenden Experten weltweit eingeladen, eben zu der Sicherheit und Unsicherheit von bestimmten gentechnischen Verfahren, die übrigens in der Tat eingesetzt werden sollen, um die Welternährungssituation zu verbessern. Und das war ein hundertprozentiges Bild sozusagen. Es gibt hier absolut sichere Möglichkeiten, die genau das nicht tun, was ihnen unterstellt wird, und die im Grunde genommen nur eine beschleunigte Züchtung darstellen. Und die Experten waren absolut empört, dass sie damit nicht mehr durchdringen. Und ich glaube, das ist die Problematik, dass sozusagen durch schlecht geführte Debatten über eine eher gar nicht so wichtige Sache die wichtigen Fragen kontaminiert werden und dann keine Chance mehr besteht, über dieses Thema rational zu diskutieren. Und da ist wahrscheinlich ein enormer Folgeschaden, weil man dieses Problem einfach nicht mehr entlagern kann. Frau Zinkler? Vielleicht jetzt noch ein paar Worte zu Glyphosat. Also wäre auch sofort mein Einsatz gewesen. Es gibt sehr viele Studien, die gezeigt haben, also es sind über tausend. Und man findet wirklich keine wissenschaftliche Evidenz für dieses Krebsrisiko, dieses angebliche. Aber das ist halt der Wurm in dieser ganzen Debatte von Anfang an gewiesen, weil das Krebsrisiko ist überhaupt nicht das Thema. Und das muss auch der Deutsche Bauernverband verstehen, wenn jetzt Glyphosat nur für fünf Jahre zugelassen ist und auch nur unter Auflagen, was alles wirklich gut und richtig so ist. Denn so gibt es etwas Zeit, um sich nicht nur von Glyphosat zu verabschieden, sondern auch von dem Umgang mit Pestiziden insgesamt, der nämlich dazu geführt hat, dass es einfach inzwischen nachweislich Umweltschäden gibt. Und es ist, niemand möchte, dass diese Landwirtschaft so weitergeht. Und insofern hat die ganze Debatte zwar jetzt nicht das gebracht, was viele Menschen sich wünschen, nämlich ein irrational begründetes Verbot von Glyphosat, weil das könnte ja krebserregend sein. Ich glaube, das war so doch schon auch ein sehr starker Motor, leider. Aber es hat sich die Evidenz am Ende doch durchgesetzt, nur nicht eben halt in der Scheindebatte. Sie hat sich durchgesetzt auf einem anderen Feld. Und das muss man auch sehen bei der ganzen Sache, glaube ich. Müssen wir in der Wissenschaft nicht auch manchmal umfassender informieren und umfassender über unsere Forschungsergebnisse sprechen, wenn ich mal an diese große Begeisterung für CRISPR-Cas9 denke. Also sozusagen die Genschere, mit der man bestimmte Teile in einem Gen oder im Genom auswechseln kann, schneiden, rausschneiden kann, was anderes einsetzen kann und so weiter. Da überwiegen in den Veröffentlichungen die Schilderungen dessen, was man damit machen kann, welche Potenziale es hat und so weiter. Und man sieht dann in Veröffentlichungen gelegentlich so eine Ergänzung, naja, und es gibt dann Bereiche im Genom, die auch verändert werden, unbeabsichtigt. Und das müssen wir noch in den Griff kriegen. Das heißt, dass auch dort nicht sozusagen gleichgewichtig informiert wird, sondern sozusagen sehr euphorisch über die positiven Möglichkeiten und ganz zurückhaltend über das, was noch an Problemen da ist, berichtet wird. Also ich denke ja, dass man bei aller Kritik und bei aller kritischen Beobachtung auch nicht jede Begeisterung verbieten darf. Und CRISPR-Cas hat, da kann man jetzt wirklich egal mit welchem Forscher sprechen, der in den Lebenswissenschaften forscht, eine Revolution bereits angezettelt in den Labors. Man kann, und es ist nicht so, dass diese Revolution jetzt ganz viel Schreckliches hervorbringt, sie ermöglicht im Grunde viel leichter das zu tun, was man früher machen konnte und ein bisschen mehr. Man ist viel flexibler geworden, auch ein bisschen schneller. Ja, es ist, da wird auch mancher Doktorand, der früher sieben Jahre gebraucht hat, vielleicht glücklich sein, dass er seine Doktorarbeit nicht mehr in sieben Jahren durchführen muss. Es ist aber überhaupt nicht so. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, woher diese Wahrnehmung kommt, dass Wissenschaftler sich komplett unkritisch äußern. Auf keinem Gebiet ist so viel, im Grunde bevor die Sachen passiert sind, schon über die Ethik dieser Sachen gestritten und debattiert worden, unter Wissenschaftlern, auf vielen großen Veranstaltungen, die auch öffentlich zugänglich waren. Das ist zwar jetzt alles, kann nicht einfach dann irgendwann enden, so nach dem Motto, man sagt, hat jetzt eigentlich gereicht. Das muss auch weitergehen, aber es ist eben halt überhaupt nicht so, dass Begeisterung Kritik ausschließt. Also die Forschung ist extrem begeistert, die Forschung weiß aber auch ganz genau, wo die Grenzen sind. Wenn ich einen Pflanzenforscher frage, wie ist denn das mit CRISPR-Cas, wann können Sie mir denn jetzt mal so eine Pflanze machen, wie schnell geht das? Dann sagt er, so schnell geht das gar nicht, weil es ist ganz schwierig, das in die Pflanzenzellen reinzukriegen. Dazu müssen wir uns erst noch Sachen ausdenken. Also es gibt Einschränkungen auf allen möglichen Ebenen, über die wird diskutiert. Die von Ihnen angesprochenen Fehler, die das System, obwohl es so präzise ist, macht, werden auch beforscht. Und ehrlich gesagt, also gerade auf dem Feld, nach meiner Erfahrung, ist die Forschung wirklich hinterher, dafür zu sorgen, dass da nicht zu viel Tempo, also es ist ein hohes Tempo, aber dass man versucht, im gleichen Tempo mit der Debatte über die Folgen und Risiken hinterher zu kommen. Darf ich dazu noch eine Anmerkung machen? Sie sind quasi Moderator hier, nicht, Herr Kleiner? Also wir haben gerade vor kurzem einen Workshop dazu veranstaltet. Artificial Intelligence, Synthetic Biology und all diese Dinge. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen anders in meiner Wahrnehmung. Nicht, dass ich persönlich Angst davor hätte, aber ich glaube schon, dass wir die Geister, die wir da rufen, noch ein bisschen unterschätzen. Ich glaube sehr wohl, dass Dinge geschehen können, die bis hin eben zur Schaffung von neuen Menschen führen könnten. Und die Debatte wird sehr wohl geführt, aber sie hat meistens, oder eigentlich nie, dass ich das wüsste, die Konsequenz gehabt, weil meine Sache beendet hat. Also es ist ein bisschen auch eine Alibi-Veranstaltung meiner Ansicht nach. Und das geht ganz sicher für die Artificial Intelligence. Ich habe nirgendwo erlebt, dass so eine Debatte dazu geführt hat und gesagt hat, diese Forschung stellen wir jetzt ein. Und zwar immer mit dem Argument, wenn wir es nicht machen, machen es andere. Aber da werden jetzt wieder Sachen vermischt. Also CRISPR ist nicht synthetische Biologie. Ja, das ist... Und synthetische Biologie ist auch... Dann nehmen wir eben die synthetische Biologie. Ja, also synthetische Biologie, würde ich auch so sagen. Ach so, okay. Aber da geht es ja um Schaffung von künstlichen Organismen. Da ist man zwar immer noch weit von entfernt, aber natürlich... Dann reden wir darüber. Die Zielvorgaben sind dann natürlich schon ganz andere. Aber die Stammzellforschung zum Beispiel, da ist es so, dass wir eine intensive Debatte erlebt haben. Und ich weiß, im Bundestag war das eine Sternstunde des Parlaments, die Debatte über die Stammzellgesetzgebung. Es hat ein Gesetz gegeben, was sehr sorgfältig zu dem Zeitpunkt die Dinge miteinander abgewogen hat. Und ich denke, Wissenschaft in Deutschland hält sich daran, wie wohl die Forschungsmöglichkeiten woanders anders sind, weitergehender sind. Es gibt wenige, die gegangen sind, um dann woanders die Forschung zu machen. Aber ich glaube, in Deutschland ist es Konsens, sich da nun ganz an diese konsensuale Gesetzgebung zu halten. Ich finde es sehr positiv. Die Frage ist, wie lange das Gesetz halten wird. Darf ich dazu zwei ganz kleine Bemerkungen machen? Das eine ist, wir reden über die Verschiebung der Grenze, die ja nie ganz fest steht. Aber der befürchteten Verschiebung des Verhältnisses von Natur und Kultur. Man erinnert sich nur an die Debatten, ob man Herzen verpflanzen darf oder ob man überhaupt was Elektronisches in einen Körper einführen darf, das dann diesen Körper am Leben erhält. Wir reden immer über diese Schwelle, wo man das menschliche Leben neu definiert oder auch was für Pflanzen auf der Welt angebaut werden und was wir essen. Das sind diffizile Themen. Und man muss die Ängste, auch die Irrationalen schon ernst nehmen, weil sie genau, Herr Schellnober sagt das mit der künstlichen Intelligenz, weil sie an Grenzen operieren, wo Menschen sagen, ja, also das geht mir jetzt zu weit. Dafür muss man nicht religiös sein, aber natürlich spielt eine religiöse Weltanschauung, Begriff Schöpfung und so weiter eine Rolle. Und die zweite Bemerkung ist, gerade weil diese Ethikdebatten so wichtig sind, ist hier für jemanden, der politische Philosophie betreibt, eine interessante Frage. Wenn in einer Gesellschaft, in der es viele Leute gibt, die religiös denken, aber viele, die nicht religiös denken oder eine andere Religion haben, die religiösen Gefühle eines Teils der Bevölkerung herausgefordert werden oder stark herausgefordert werden, Welche legitime Rolle können religiöse Gründe dann in einem allgemeinen politischen Rechtsgesetzgebungsprozess noch spielen? Das ist also für jemanden, der politische Philosophie betreibt, eine wichtige Frage. Niemand würde den ethischen Charakter religiöser Bezeugungen bestreiten, aber dass bestimmte religiöse Überzeugungen eventuell Gesetze formieren und Dinge verhindern oder für gutheißen, wird ab einem bestimmten Zeitpunkt der pluralistischen Gesellschaft zum Problem. Ich würde jetzt dazu sagen, wir leben in einer eher christlich geprägten, von christlichen Werten geprägten Gesellschaft. Es ist ja überhaupt nicht so, dass die Wissenschaft einer von welchen Werten und Religionen auch immer geprägten Gesellschaft vorzuschreiben hätte mit der Ratio, was sie denn zu tun hätte. Sie schafft eine Entscheidungsgrundlage und das ist schon wirklich auch bei den Stammzellen so gewesen, da wurde sehr hart wissenschaftlich argumentiert im Bundestag und ich habe das damals wirklich nicht als eine Sternstunde empfunden, weil so viel Quatsch erzählt wurde im Bundestag, dass man sich wirklich nur gedacht hat, warum muss das sein, warum muss man eigentlich noch sagen, adulte Stammzellen sind viel besser und unproblematischer. Warum und für die brauchen wir embryonale Stammzellen nicht oder warum, ja, also es gab eine ganze Reihe von wissenschaftlich überhaupt nicht tragfähigen Argumenten und es gab keinen Grund dafür, weil man muss nicht seine Entscheidung auf Wissenschaft gründen, aber man muss es dann auch sagen. Man muss klar dazu stehen, die Wissenschaft sagt zwar das und das, aber ich bin trotzdem dagegen. Weil es mir einfach gegen, oh, Entschuldigung, gegen meine Ethik geht, gegen meine Moral, moralischen Vorstellungen und das ist auch völlig legitim, ehrlich gesagt. Nur das ist wiederum dann an anderer Stelle, ich glaube auch auf Seiten der Wissenschaft von vielen nicht so akzeptiert, weil die Ratio dann doch eben als das entscheidende Element wahrgenommen wird. Trotzdem geht es in all diesen Debatten darum, dass die Wissenschaft richtig dargestellt und akzeptiert auch wird. Herr Schellnuber. Ja, soll das jetzt ein Schlusswort sein? Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ihr könnt natürlich noch. Ja, also ich muss immer an Albert Einstein denken in dem Zusammenhang, wenn es um die Verantwortung der Wissenschaft geht und was wir wissen können und nicht. Also ich glaube, dass Albert Einstein hat mit seinem berühmten Brief an Roosevelt den Start des Manhattan Projects initiiert und hat es sich sicher nicht leicht gemacht, ganz im Gegenteil. Und mit dem Manhattan Project ist dann die Atombombe gebaut worden. Er hat übrigens in dem Komitee, das entschieden hat, wo die zwei Atombomben abgeworfen werden. Eine eine Uranbombe, eine Plutoniumbombe, eine bekanntlicherweise in Hiroshima, war auch John von Neumann mit an Bord. Wahrscheinlich der intelligenteste Mensch des 20. Jahrhunderts. Und die haben das Abwurfziel festgelegt. Und John von Neumann hat dafür plädiert, Kyoto auszuwählen und nicht Nagasaki, um sozusagen einen maximalen kulturellen Schock in Japan zu erzielen. Das Veto kam vom Kriegsminister der USA. Also viel zur Wissenschaft und ihre höhere moralische Position. Und ich will damit sagen, was hat Einstein später getan, zusammen mit Bertrand Russell, das berühmte Russell-Einstein-Manifest, um das Wettrüsten in irgendeiner Weise wieder einzufangen, was aber natürlich nicht gelungen ist. Ich will damit sagen, die Wissenschaft hechelt eigentlich immer hinterher mit ihrer moralischen Debatte den realen Auswirkungen ihrer Inventionen. Und meiner Ansicht nach lässt sich das nur einfangen, wenn wir das Tempo herausnehmen, der Innovation, der Invention, womit man natürlich sofort als Maschinenstürmer dasteht. Damit ist man schon ganz draußen aus der Debatte. Das wäre aber meine Provokation. Entschleunigung des wissenschaftlichen Fortschritts. Geht das? Die Frage geht zurück an Sie. Welche ist denn die Instanz, die dieses Gaspedal bedienen kann? Aber man sollte sich die Freiheit herausnehmen, überhaupt über das Nachdenken zu dürfen, denke ich. Ich glaube, dass wir uns als Homo sapiens weg erfinden. Und das tun wir auf vielfältige Weise im Augenblick gerade. Was vielleicht in Ordnung ist. Für mich erhöht sich damit eigentlich die Verantwortung der Gesellschaft, die Verantwortung der Politik und damit die Notwendigkeit, dass wir eine informierte, gebildete, robuste, gelassene Gesellschaft brauchen. Dementsprechend wir alle dazu beitragen müssen. Als Bürger, Bürgerinnen, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und als Politiker, Politikerinnen. Das ist ein bisschen meine Konklusio. Und ich möchte aber jetzt ein bisschen karlauern, Rainer, sozusagen von der politischen Philosophie zur praktischen Philosophie. Wir beide sind Fußballfans. Leider ist er beim falschen Verein. Frankfurt, Dortmund. Wir gehen aber gemeinsam ins Stadion, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Und wir freuen uns immer, dass eine Mannschaft gewinnt. Am meisten ärgert uns, glaube ich, das Unentschieden. Ich würde Sie ganz gerne jetzt am Ende dieser Debatte, die Ihnen hoffentlich ein bisschen auch Vergnügen bereitet hat und noch zum Nachdenken anregt und zum Austauschen zur Debatte noch einladen, Wenn ich die Regieanweisung richtig begreife, zu einem Glas Wein oder Wasser, wie sich das gehört, würde Ihnen dreien ganz herzlich danken für diese Debatte. Leibniz debattiert. Leibniz hat was zu debattieren. Das ist wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie, und ich hatte den Eindruck, sehr konzentriert bei der Sache waren. Sie haben uns also ganz wenig nur bei unserem Gespräch gestört. Danke dafür und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.